Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 201. Heute bringen wir euch auf den neuesten Stand. WWE, Super Showdown, Crown Jewel, Evolution, Raw Smackdown, all das, was gerade aktuell abgeht. Wir sprechen drüber hier im Podcast. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist wieder mit Stimme der gute Kai. Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Stimme hat sich erholt nach dem Tech-League-Wochenende. Genau, also falls sich einige nicht gewundert haben, warum wir denn ja quasi Super Showdown so ein bisschen übergangen haben. Ja Kai, wir hatten was anderes zu tun, oder? Oh ja, wir hatten ein sehr, sehr intensives Wrestling-Wochenende. Also bei mir waren es jetzt in vier Tagen, also von Donnerstag bis Sonntag, sechs Veranstaltungen mit Inner Circle, mit den drei Nächten der WXW Tech League. Und dann noch Fan Expo, natürlich auch noch Matches, waren Shotgun Tapings und dem FAM Fatal. Es war sehr, sehr viel Live-Wrestling. Und die After-Show-Party nicht zu vergessen, ne? Und die After-Show-Party, stimmt. Das Highlight des Wochenendes eigentlich. Mit dem fantastischen DJ Shaggy. Genau, ja, also ich hab mir das ja ... Und meiner Performance, wie im Podcast angesprochen, von dem HPK-Theme. Ja, ich bin nach wie vor traurig, dass es davon keine Videoaufnahmen gibt. Mit Dragan zusammen. War ein Highlight. Ja, ich hab's leider ja nicht miterlebt, weil ich bin ja immer ... Ich war ja hier diszipliniert und war ja dann immer brav relativ schnell zu Hause und hab die Sachen dann geschnitten. Und wer da Eindrücke von den Events haben möchte, der kann natürlich gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da haben der David und ich und der Shaggy und ich und der Alex Flöter von Wrestling Plus und ich haben da ja wunderbare Video-Reviews zu gemacht, direkt nach den Events. Und hab die ja auch relativ schnell online gestellt. Genauso wie auch noch ein Media-Panel mit Tassilo Jung, wo auch nochmal über, ja, die Erkrankung von Christian Michael Jakobi gesprochen wird. An der Stelle möchte ich auch nochmal ganz kurz, ganz offiziell sagen hier an der Stelle, äh, Christian war ja noch vor gar nicht mal allzu langer Zeit bei uns zu Gast, ne, bei Gastspiel und hat da mit mir fast eine Stunde gequatscht. Äh, und zwei, drei Wochen später kommt dann die, die traurige Nachricht, dass er wegen Burnout erstmal aus dem, äh, Geschäftsbetrieb bei WXW, äh, aussteigt. Ähm, ich kann da erstmal nur sagen, gute Besserung, Christian. Du hast furchtbar viel fürs Wrestling in den letzten Jahren getan und dir da wirklich den Allerwertesten aufgerissen. Also wer jetzt auch noch zuletzt Progress gesehen hat, da war er noch, äh, kurz vor knapp noch, äh, mit Ilja Dragunov an der Seite gegen Pete Dunne aktiv. Also, äh, wertgesund, äh, alles Beste hier von dir und auch natürlich danke für die Unterstützung, die du immer Headlock hast angedeihen lassen, so mal auf dem ganz, ganz offiziellen Wege. Äh, Kai, was hast du denn so aus dem, äh, WXW-Tag-League-Wochenende mitgenommen? Oh, ähm, eine kaputte Stimme auf jeden Fall. Also das war so das Erste. Ähm, die krasseste Fan-Erfahrung, die ich, glaube ich, bis jetzt jemals mitgenommen habe und auch die krasseste Chant-Länge, die ich auch, denke ich mal, jemals mitnehmen werde, wo wirklich am Anfang des Matches von Bobby Gantz gegen Ilja 14 Minuten lang durchgechantet wurde. Also das ist wirklich unfassbar. Jeder, der WXW-NOW hat, anschauen, der nicht da war. Also das ist einfach nur krank gewesen. Ich hab's mir jetzt auch schon mehrfach angeschaut und du denkst, also das ist so surreal, was für ein Rausch das war. Dann aber auch, ähm, die Lucha Bros gesehen, also, äh, Pentagon und Rey Fenix. Auch unfassbar, also so ein geiles Tag-Team. Aber auch so diese, diese Überraschung, wenn du wieder Tag-Teams siehst, wo du sagst, so, ach, die kenn ich nicht mal so wirklich, da kenn ich nicht mal die Finisher. Hier zum Beispiel, oh, wie hieß der nochmal? Äh, Jonathan Gresham hieß der so? Yes! Von, äh, CCK. Auch so ein, so ein super kleiner Typ, der da aber Kraft hat und Charisma wie sonst was. Also, wirklich wieder begeistert aus diesem Wochenende gegangen, was einem wieder gezeigt hat, okay, deswegen find ich Wrestling so super geil. Ja, also, wenn man dann nicht die Gelegenheit hat, so zu den ganz großen, äh, Wrestling-Wochenenden, keine Ahnung, WrestleMania oder SummerSlam oder sonst irgendwas zu fahren, ruhig hier mal, sich auch mal diese Wrestling-Wochenenden, äh, geben. Weil das ist was anderes natürlich, ganz klar. Äh, aber es ist auch geil und deshalb macht wieder unfassbar viel Spaß, einfach da so abzutauchen. Und deswegen, meine Frage ist, also, ich hatte das letztes Jahr ja so ganz extrem, wo ich auch so privat so ein bisschen durch den Wind gewesen bin, wo ich dann wirklich am Montag den Hangover gehabt hab. Also, wirklich, ich bin Montag aufgewacht und plötzlich bist du wieder in der Realität. Nächste so, ah, es ist wieder die Realität. Ich bin nicht mehr umgeben von 500, keine Ahnung, 600, 700 Bekloppten und ich schau nicht einfach nur Wrestling und hab Spaß dran, sondern ich muss wieder irgendwie meine Brötchen verdienen. Gab's das bei dir dieses Jahr eigentlich? Ähm, was ich wirklich hatte, ist dieses, diese vier, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, diese vier Tage oder halt drei Tage, das fühlt sich an wie so eine Woche Urlaub, also, weil das fühlt sich sehr lang an, weil du halt super viel erlebst, aber das ist trotzdem nur so ein Wochenende, was aber, also, das vergeht gefühlt langsam, aber auch schnell. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber dieses, so, du bist dann da und sagst so, ach ja, jetzt, dann wird irgendwie, Freitag hast du dieses große Event und dann pennst du da und dein ganzes Wochenende dreht sich ja nur um Wrestling. Du machst ja nichts anderes, so, dann gehst du irgendwie ins Zentro und frühstückst da was und dann gehst du wieder zum Wrestling, weil dann ist irgendwie erst dieses Femme Fatale und dann ist diese Hauptshow und, also, du hast keine anderen Sorgen, außer nur, heute Abend ist wieder eine Show, gleich ist wieder eine Show. Und wenn du dann wieder irgendwie Montag so, du hast so eine, so eine, so eine Lehre oder sowas, du bist so, irgendwie ist das gerade komisch, so, normalerweise wäre ich jetzt eigentlich beim, würde ich gerade in einer Crowd sitzen und, ähm, das ist, also, weiß ich nicht. Man ist auch irgendwie froh, weil es vorbei ist, weil man einfach dann auch körperlich erschöpft ist, wirklich, dieses, dieses Dabeisein ist nicht nur nach dem Motto, oh, ich schieße mich da ab oder sowas, sondern dieses, du chantest mit und das ist anstrengend und dann fieberst du ja auch mit und so diese Emotionen, die da alle dazukommen, das macht dich auch wirklich körperlich fährt, ich finde das einfach super anstrengend und, ähm, das musst du dann erst mal, das musst du dann erst mal am Montag realisieren, dass das jetzt wieder vorbei ist und dass so ein extremes Wochenende auch dann erst wieder zum Karat kommt. Ja, ja, bei mir war es auch so, also, ich habe auch am, am Montag gemerkt, natürlich, äh, so, meine, meine Beine taten weh, weil ich ja auch die ganze Zeit fast gestanden habe irgendwie und die ganze Zeit brennt man da ja irgendwie rum und trifft Leute und spricht mit Leuten und auch da wieder Dankeschön an jeden, der mich irgendwie angequatscht hat, egal, ob die Sachen, die ich für WXW mache oder auch für Headlock oder sonst irgendwas, also da schon mal, äh, schön, dass ihr alle da wart und mit dem ich da, mit jedem, mit dem ich da irgendwie ein paar nette Worte abwechseln können, das war echt super. Äh, ja, und auch, wie gesagt, du bist wirklich dein, dein, dein ganzer Tagesablauf ist halt auf Wrestling eingestellt und das ist schon echt kurios, aber das ist auch mal einfach eine schöne Art und Weise, ja, äh, sich einfach so da reinfallen zu lassen. Das, das gibt es selten, also, das ist wie ein Festival wirklich, wo du einfach wegfährst und du machst einfach nur das, was du liebst und das ist ja bei uns ganz offensichtlich Wrestling. Äh, und du denkst auch an nichts anderes an den drei Tagen und wir haben es gerade schon im Vorgespräch geguckt, äh, gesagt, äh, Kai, was war das Erste, was du gemacht hast, als du nach Hause gekommen bist am Sonntag? Super Shot angeguckt. Also, du kommst nicht los vom Wrestling. Ne, und bei mir war es ja auch nicht anders. Ich hab ja dann auch am, am Montag hab ich ja dann noch mit Chris den Podcast zu, äh, Progress Hello Wembley aufgenommen. Ich hab mir auch noch Super Show da und angeguckt, also, ja, man kommt da nicht so ganz los, ne, also. Ich muss aber auch sagen, ähm, dieses Erlebnis, ich hatte ja mit, äh, mit dem Tobi hatte ich ja ein Hotelzimmer, ne, und dieses Erlebnis, dass wir da beide saßen auf unseren Betten und dann auf meinem Handy mit mobilen Daten Super Shot angeguckt haben, das war super cool. Also, weil wir, wir konnten halt nicht alles schauen, weil dann irgendwann Femme Fatale angefangen hat. Wir haben dann eben, ähm, bis zu einem Stilkampf geguckt, aber das war so, also, das sah super erbärmlich aus, weil du einfach, du hast dann eben mein Handy, dieses iPhone SE, was ja wirklich keinen großen Bildschirm hat, nicht wie diese, keine Ahnung, was für iPhones, wo du sagst, okay, ich hab irgendwie da so ein Tablet, und du hast wirklich diesen kleinen Bildschirm, was dann, was ich dann auf mein Papernäe gelegt habe, das war dann bei Bluetooth mit so einer Soundbox verbunden, und dann haben wir das dann geguckt, und das war einfach, das war so erbärmlich, dass es schon wieder super geil war. Ja, ah, jedem sein eigenes Vergnügen, ne? So, macht man auch Erinnerungen. Deswegen, das ist wirklich so. Und natürlich, das lief so die ganze Zeit, da war dann irgendwie dieses Iconics-Match, was mich natürlich nicht interessiert hat, um ehrlich zu sein, und das lief so durch, butterweich, supergut. Und dann kam das AJ-Joe-Match, und da hat's angefangen zu stocken, und ich war so, ist das jetzt gerade dein verdammter Ernst? So, du zeigst mir Bobby Lashley und die Iconics, butterweich, und das bei dem AJ-Joe-Match, was ich, Spoiler, sehr, sehr gut fand, fängt an zu stocken, das hat mich extrem genervt. Das kann ich nachvollziehen. Ja, ihr, liebe Leute da draußen, merkt das jetzt schon, wir machen das heute ein bisschen Freestyle, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Themen-Mischmasch, es war für uns eine furchtbar wrestlingreiche Woche, und wir dachten uns, wir machen einfach mal so ein bisschen, ja, was Freieres als sonst, nicht ganz so streng, und wie wir das in schon anderen Podcasts gehabt haben. Kai, vielleicht wechseln wir hier auch mal so ein bisschen in den Werbeblock, du bist ja auch immer bei Patreon und Steady bei diversen Formaten vorbei, vielleicht erklär gerade mal, was gibt's denn da eigentlich, wenn man uns unterstützen möchte, damit wir auch so geile Sachen machen können, wie hier die Videorevers, dass wir da hin und zurück fahren können, dass wir Interviews machen können, und so weiter, und so fort. Was haben wir denn da so im Angebot? Oh, da haben wir jetzt über das Jahr, weil wir natürlich jetzt auch bei Patreon schon seit knapp über einem Jahr dabei sind, so viele Sachen angehäuft, also natürlich so dieses Hauptformat, wo ich halt mitwirke, ist das Match of the Week, wo wir natürlich immer ein Match besprechen, was jemand raussucht, also zum Beispiel irgendwie dann Chris, David und ich, super spannende Matches, Olaf, also Turnhallen-Catch natürlich, dann haben wir noch Helden aus der zweiten Reihe, wo dann Olaf und Shaggy meist einen Podcast, oder eigentlich immer, glaube ich sogar, einen Podcast über Leute machen, wo wir sagen, die haben's verdient, dass man über sie redet, aber sie sind eben dann doch nicht so groß, dass sie einen eigenen großen Podcast bekommen, und da werden dann diese ganzen Helden aus der zweiten Reihe wortwörtlich abgefrühstückt. Genau, und dann haben wir natürlich auch noch, ich hab's gerade schon angesprochen, wir haben Gastspiel noch immer da, also da quasi ein bisschen auch ein freieres Talk-Format, was wir da gewählt haben, hatten wir den Herrn Christian Michael Jakobi zuerst, der nächste Gast, den versuche ich gerade an Land zu ziehen, ich bin gespannt, ob das noch klappt, ansonsten, was wir jetzt vor allem ganz aktuell haben, wir haben die Special-Review zu Progress Hello Wembley, wir machen da natürlich jetzt auch in der kommenden Woche, machen Kai und ich, dann hört ihr uns schon wieder, die Review zu Smackdown 1000, die gibt's dann bei ... Da hab ich auch sehr viel Bock drauf. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, weil das ist ja wieder so eine Special-Show irgendwie, und das hat ja immer so das besondere Flair. Ich weiß, zu Raw 25 haben wir's ja damals auch auf den Premium-Kanälen gemacht, und das wird dann eben auch noch nachgereicht. Ja, wie gesagt, Helden aus der zweiten Reihe haben wir, da hatten wir zuletzt schon die Anvil-Nightheart, da geht jetzt die mäßig Umfrage online, und es sind insgesamt jetzt auch schon weit über 80 Podcasts, die es da zu holen gibt, und wenn ihr quasi da einsteigt bei Patreon oder bei Steady, dann habt ihr Zugriff auf das volle Archiv, und das sind, wie gesagt, über 80 Podcasts, ich glaub, bis ihr das mal durchgehört habt, da vergeht eine gewisse Zeit, um es mal so auszudrücken, also unterstützt uns da gerne, damit einfach dieses Projekt weiter wächst, und so weiter und so fort, weil, ne, das ist uns wichtig, und wir hoffen, dass wir hier auch was aufbauen können, was dann eben da noch weiter, ja, Früchte trägt, um es einfach mal so zu sagen. Ansonsten, was gibt's noch? Ihr könnt's bei Facebook erreichen, bei Twitter und bei Instagram, könnt's da Fragen einschicken, auch an fragen.headlock.de, und was ich total cool mal wieder fände, wäre auch, wenn ihr mal wieder, falls ihr das hier über iTunes hört, geht ruhig mal bei iTunes vorbei und bewertet uns da. Das haben wir zuletzt ein bisschen schleifen lassen, haben es nicht mehr ganz so oft promotet. Wenn ihr das gerne machen möchtet, tut's gerne, weil das hilft uns da auch einfach, besser gesehen zu werden. Ansonsten, wenn ihr es noch weiter unterstützen wollt, teilt einfach unsere Beiträge, sagt euren Freunden, euren Omas, Müttern, was auch immer, dass unser Podcast cool ist, damit das einfach ein paar Leute hören. Und damit würde ich sagen, lass uns gleich mal hier dann auch so in das, ja, Gequatsche über diese Woche einsteigen, und zwar vor allem über das WWE-Gequatsche natürlich. Ähm, du hast angesprochen, ne, WWE Super Showdown war vergangenes Wochenende in Melbourne, ne. Ich finde, eine richtig coole Location auf jeden Fall, proppen gefüllt, ne, mit 70.000 Leuten und die auch Bock hatten, oder? Ich fand, das hat so ein bisschen England-Flair gehabt für mich. Wie war das bei dir? Ja, auf jeden Fall. Also genau das wollte ich auch sagen. Du hattest natürlich wieder dieses geile WrestleMania-eske Opening mit ganz viel Feuerwerk und Musik, also du hattest wieder dieses Big-Time-Feeling, und du hast wirklich gemerkt, da sind Leute nicht so wie in Saudi-Arabien, da waren auch Leute ganz weit entfernt auf den Ring, die Bock hatten, aber da saßen Leute direkt am Ring, die einfach Bock hatten, die WWE bei sich in Australien zu sehen, was es so nicht gibt. Und ich finde wirklich diesen Vergleich da mit London zu ziehen und mit Great Britain, der ist sehr, sehr passend, weil da wirklich viele Verrückte waren. Du hast es gemerkt, wie die gechantet haben, wie die gefeiert haben, wie die für ihre Hometown-Heroes, zum Beispiel auch in Buddy Murphy oder Iconics, abgegangen sind. Also so crowdtechnisch hat das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Ja, bin ich komplett bei dir. Und David meinte ja auch, wir haben da so ein bisschen hin und her geschrieben alle, und David sagte dann auch so, ja, unter dieser Maxime, unter dieser Ausrichtung könnte er sich da auch so internationale Events vorstellen, also regelmäßig, und dann vielleicht auch mal hier in Europa, in UK. David wolltest du gleich nach Deutschland holen. Da glaube ich irgendwie nicht so ganz dran. Nein, das glaube ich auch nicht. Da war ich auch eher auf deiner Seite. Das gibt der Markt nicht, ja. Also du siehst nicht so 50.000 Leute oder sowas, dann. Nee, ich glaube so eine Küppi-Arena kriegt man voll, wenn du noch den Undertaker ankündigst und so, aber ich glaube, du wirst nicht in diese Dimensionen kommen mit 50, 60, 70.000. Da musst du aber auch wirklich diese Namen mitnehmen. Ja, absolut. Du siehst ja schon allein, was so Hausschows hier ziehen. Das ist natürlich gut, aber jetzt nicht so, dass du sagst, Gott weiß wie viel. Ja, genau das. Aber ich fand das, also rein von der Stimmung her fand ich das absolut okay. Und das hat auch, wenn ich jetzt, muss ich sagen muss, im Vorfeld nicht total gehypt auf die Show gewesen bin, habe ich mir doch gedacht, so ja, okay, das macht Spaß zuzuschauen, weil du siehst einfach, dass die Leute, die da auf den Rängen sind, die haben da Spaß dran. Und darum geht es ja eigentlich beim Wrestling auch. Alle sollen Spaß haben und sich das In-Ring-Geschehen angucken und da wirklich auch ihre Freude dran haben. Und deswegen, wir gehen einfach jetzt mal relativ schnell so die, die Card durch, weil die meisten, wenn ihr den Podcast gehört habt, dann habt ihr vermutlich auch den, äh, den Event schon gesehen. Insofern, wenn wir da jetzt nochmal eine ausführliche Review machen, ist das, glaube ich, äh, ein bisschen zu viel. Deswegen verknüpfen wir die Ergebnisse ein bisschen mit Raw und SmackDown und erzählen da ein bisschen was drüber. Ähm, der Opener wurde ja bestritten von, äh, ja, The New Day, durch, äh, vertreten durch Kofi Kingston und Xavier Woods, begleitet von Big E, äh, gegen The Bar. Es ging natürlich um die WWE Tag Team Championship. Und, ja, äh, ich würde sagen, das war ein schöner, flotter Opener. Ähm, und am Ende konnten dann eben, konnte eben Kofi, äh, ja, Cesaro nach der Backstabber, äh, Double Stomp Combination besiegen. Äh, das war für mich absolut in Ordnung. Ich mag natürlich The Bar sehr gerne, aber ich hab hier auch nicht mit einem großen Titelwechsel gerechnet. Wie war das bei dir? Nein, also, das war wieder dieses, ja, man könnte sagen, dieser Hausschau-Opener, wo du sagst, das ist ein grundsolides Match. Der hält die Crowd an, die Crowd hat Bock. Kein Titelwechsel. Auch in dem Sinne nichts Besonderes. Aber so ein grundsolider Opener, den man sich gerne angucken kann, den man dann aber auch irgendwie nicht zweimal sehen muss. Den guckst du so einmal, denkst du so, ist in Ordnung. Genau. Und in der Tag Team Division bei SmackDown hat sich auch nicht allzu viel abgespielt. Die haben ja quasi nicht viel zu tun gehabt, sagen wir es mal so diese Woche. Da war eigentlich gar nichts, oder? Genau, es war überhaupt nichts bei SmackDown. Ist aber auch mal gut, muss ich sagen. Dieses, also, die einen sagen dann wieder so, oh ja, die machen gar nichts damit und die sind ja Champions. Die anderen sagen so, oh ja, die sehe ich jede Woche, da passiert nichts. Von daher finde ich das gar nicht so schlimm, dass man so dieses, wie so ein NXT, ähnlich wie bei NXT, dieses, wir haben nur eine Stunde und dann zeigen wir das, was wir jetzt eben zeigen können und es schafft nicht alles in die Show. Das ist besser als drei Stunden, wo du sagst, wir packen einfach alles rein und gucken, mal, wir die restliche halbe Stunde füllen. Ja, und vor allem hätten wir vermutlich auch gemotzt, wenn man dann einfach wieder so ein Random-Tag-Team-Match reingeschmissen hätte. Deswegen jetzt wieder Xavier Woods gegen Sheamus gehabt oder sowas. Irgendwie sowas, ja, da hätten wir dann auch gemotzt. Und insofern war das schon okay. Ja, mehr Konsequenzen als dann eigentlich das nächste Match war. Das ging ja dann um die WWE SmackDown Women's Championship Champions Becky Lynch gegen Charlotte Flair. Auch die haben hier, wie ich finde, ein echt gutes Match abgeliefert. Die haben eine unfassbar gute Chemie, die beiden. Absolut, ja. Also, die ergänzen sich so gut und jetzt auch mit diesen Charakteren. Bin ich großer Fan von. Ja, und, äh, hier der Kampf, auch da, da hat man das Gefühl gehabt, so, dass, das läuft gerade so auf was zu, ne? Das wird gerade was Größeres und dann gab's ja dann doch, äh, ja, den DQ-Sieg für Charlotte, weil Becky sie dann mit dem Titelgürtel, äh, schlägt, während sie sich da im Figure-8 befindet. Ähm, das muss ich sagen, dass, das fand ich in der Ausführung natürlich irgendwie konsequent, weil man offensichtlich diese Fede irgendwie, äh, weiterführen möchte. Und das hat man dann ja auch bei, bei SmackDown gesehen, ne? Da gab's ja dann ein weiteres Titelmatch, dann eben ohne DQ und das find ich eigentlich auch cool, wie die, wie das jetzt aufbereitet worden ist, weil, äh, diese Auseinandersetzung wird immer hitziger und wird immer brutaler. Es gab ja dann diesen Spear, äh, quasi durch die, äh, Entrance-Ramp da durch den, durch den Bildschirm. Wie hat dir das gefallen dagegen? Die LED-Wand, glaub ich, ist, glaub ich, der richtige Begriff dafür, ja? Wie hat dir das gefallen hier? Diese ganze, äh, Fede, die sich jetzt quasi über zwei, äh, ja, Inhalte hier, äh, gezogen hat. Und was mir extrem gut gefallen hat, ist, also, wie gesagt, Becky hatte hier mit dem Gürtel zugeschlagen, wenn ich mich irre, wurde deswegen dann desqualifiziert und ist dann ja weggelaufen. Und dann haben wir es schon hundertmal gesehen, dann kommt das Face, greift den Heel und haut ihn zusammen. Und, ähm, hier war das Gleiche, nur dann hat Becky gekontert, hat dann irgendwie Talb nochmal irgendwie gegen die Barriere geworfen und ist dann rausgelaufen. Und ich find, sowas haben wir total selten, dass dann der Heel, der weggeht, eingegriffen wird, aber trotzdem die Oberhand nochmal gewinnt. Und das ist schön, dass du nicht immer dieses hast, oh ja, Feelgood-Face, so dieses, was wir schon tausendmal gesehen haben, sondern Becky ist zwar weggegangen, aber nicht so nach dem Motto, oh, die ist schwach, die ist feige, sondern das war einfach nur sehr schlau von ihr. Also dieses, ja, ja, lass mich nicht disqualifizieren, dann behalte ich den Titel, ich kann aber trotzdem Charlotte noch nach dem Match lang machen. Und das hat mich dann doch überrascht, weil das eben nicht dieser Einheitsbereich, den man sonst so kennt. Und klar, auch bei SmackDown, wie die Fede weitergeführt wird, es ist jetzt eben konsequent, dass wir dann bei Evolution, ähm, das Last Women Standing Match bekommen, was auch meiner Meinung nach Main Eventen sollte. Weil es frauentechnisch und wrestlerisch auch das beste Match sein wird des Abends, geh ich zumindest stark von aus. Ja, also wahrscheinlich. Es sollte auf jeden Fall, also ich bin da auch bei dir. Ich möchte auch nicht Ronda Rousey gegen Nikki Bella, da kommen wir natürlich gleich noch zu, im Main Event von Evolution sehen, weil das ist es nicht. Das ist momentan nicht die Fede, sondern die Fede, die das Frauenwrestling derzeit bei WWE prägt, äh, das ist Charlotte gegen Becky. Und das muss dann auch im Main Event stehen, das muss man dann auch klar machen. Auch wenn es SmackDown ist, ist es kackegal. Das sind derzeit die beiden besten Wrestlerinnen, die haben die beide, die haben die mit Abstand beste Geschichte, die haben die beste Fede und die haben die beste Chemie. Und da muss man dann auch sagen, ja, Ronda Rousey und Nikki Bella haben vielleicht den größeren, ich sag's jetzt einfach mal, Name Value, ich hab das ja schon mehrfach gesagt, sodass ich das auch in einer gewissen Weise verstehen kann, dass man das irgendwie so macht. Aber ich finde, da sollte man dann auch den Event abschließen und sagen, so, das sind nicht irgendwelche, ja, aus der Rente geholten Damen, ne, so wie Nikki und Brie, ne, sondern das sind zwei Damen, mit denen wollen wir die Zukunft bestreiten. Das sind unsere beiden Aushängeschilder, unter anderem mit ganz vielen anderen auch noch. Ronda Rousey gehört auch dazu, ganz klar. Aber für den Augenblick sind das nun mal Becky und Charlotte. Und diese Fede ist so geil aufgebaut. Das ist das Beste, was wir seit Ewigkeiten beim Damenwrestling bei WWE haben. Und das sollte auch Evolution headlinen und sollte auch Evolution wirklich dann beenden. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Also Kai, was meinst du dazu noch? Und das schreibe ich genauso. Ich kann mich da schon wieder drüber aufregen. Ich muss es ganz ehrlich sagen, wenn das kommt, also wir bereiten natürlich auch da. Ja, das ist doch, seien wir mal ehrlich, das ist so ein bisschen in der Women's Division ist das das Parallel zu AJ Styles Tomorrow Joe, oder? Ja. Wo du auch sagst, wir haben ja Leute, die machen gute Matches. Natürlich ist vielleicht jetzt gerade bei einem AJ das Thema der Fede nicht so super interessant für jeden. Aber das sind gute Matches um den Hauptchampionship und die landen immer irgendwo in der Mitte der Kart. Und da denkst du ja auch hier, warum denn? Das ist irgendwie nicht gerechtfertigt. Und sowas nervt mich. Ja, also ich kann mir dann halt, was ich mir da wieder vorstellen kann, ist natürlich dieser Faktor, ja nach dem Last Woman Standing Match, wie ist es denn dann? Also wie endet denn dann der Pay-Per-View? Also wenn du Becky gewinnen lässt, dann gibt es so gemischte Reaktionen. Wenn du Charlotte gewinnen lässt, gibt es auch gemischte Reaktionen. Aber überleg mal, wenn du Ronda am Ende gewinnen lässt, dann jubelt die Crowd und so. Wenn sie ja ganz klar Niki Bella besiegt, weil Niki Bella ist gerade gehasst, die ist jetzt geturnt und so. Und ich weiß nicht. Also ich habe lieber das große Match am Ende und gemischte Reaktionen. Ich habe ja lieber ein gutes Match am Ende. Ja, ja. Das ist doch immer die Sache. Dieses sehr stupide Denken, was wir teilweise kritisieren, aber auch selber manchmal natürlich haben. So wenn du mit einem guten Match rausgesagst, boah, das Pay-Per-View war der Hammer. Wenn du mit einem schlechten Match rausgesagst, automatisch, also so gut fand ich den jetzt nicht, den Pay-Per-View. Und deswegen möchte ich da gerne mit einem großartigen Match, also natürlich so ein bisschen Vorschusslorbeeren, aber trotzdem möchte er mit diesem Match Charlotte gegen Becky irgendwie aus dem Pay-Per-View rausgehen und nicht mit Ronda Rousey gegen Niki Bella. Ja. Ja, also ich, die beiden können es ja. Also, äh, Charlotte und Becky. Und deswegen, ich hoffe, dass man da wirklich dann auch ein Zeichen setzt und sagt, so ist es und nicht anders. So. Ja, was anderes kann ich dazu dann gar nicht mehr sagen. Ich möchte das als Main-Event haben und ich möchte nicht Charlotte gegen, äh, Niki. Äh, nicht Charlotte gegen Niki. Ronda gegen Niki natürlich als, äh, als Main-Event haben. Das finde ich grauenvoll. Ähm, ja, weiter ging es. Wir springen jetzt so ein bisschen hier natürlich hin und her. Weiter ging es natürlich dann bei, äh, Super Showdown mit, äh, dem Tag-Team-Match. Also erstmal natürlich mit der üblichen, äh, ja, soll man sagen, Performance, nenne ich es einfach mal, von Elias, äh, begleitet von, äh, Kevin Owens, wo es ein bisschen ACDC gegeben hat, was ich schon ziemlich witzig finde und dann natürlich die übliche Promo. Aber die beiden haben auch so eine gute Chemie zusammen, ne? Absolut. Das hast du ja auch gemerkt, wo die ja bis, bis in die Hölle geboot wurden, was auch sehr krass war, was ich auch so noch nie erlebt habe, wo die Crowd wirklich geboot hat bis zum Gehtnichtmehr. Ähm, aber die sind schon sehr gut zusammen. Die ergänzen sich super auch dann irgendwie so ein Kevin Owens mit seiner Spontanität, ein Elias, der da auch genauso gut mitziehen kann. Ähm, ich hätte auch gerne jetzt noch so ein paar weitere Elias, Kevin Owens in Anführungsstrichen Konzerte gesehen. Ja, das, dazu wird es ja dann wohl erstmal nicht kommen, da kommen wir gleich drauf. Ähm, den Kampf hier, der war ja eigentlich total absurd. Also das war ja, das war ja eigentlich gar kein, für mich gar kein richtiges Take-Team-Match, so. Das war ein Haus-Show, ne? Aber so richtig, ne? Das war, Bobby Lashle steckt ein, irgendwann kommt John Cena rein, zeigt seine Six Moves of Doom, die auch dann von den Kommentatoren so bezeichnet werden. Dann seine, ich hab vergessen, wie es heißt. Die Iron Fist, die Lightning Fist, was auch immer. Ein sehr schwerer asiatischer Name. Ja, ich hab's vergessen, wie es heißt. Ich, äh, es tut mir sehr leid, aber. Und dann war das Ding vorbei und John Cena hat dann auch noch ein paar salmungsvolle Worte, äh, für die Crowd und so, dass, dass er das Lied, was er da macht, dass er dem über ewig treu sein wird und so und dass er weiß, wo er herkommt und bedankt sich und so weiter und so fort. Ich bin aber auch immer so, du sagst das grad, aber mach's was anderes. Ja, gut, das ist, das Problem hat schon The Rock gehabt, weißt du? Ja, das ist, das ist so all dieses, ähm, diese Fäde zwischen Cena und The Rock, das ging ja nur darum, und jetzt ist Cena eigentlich immer das Gleiche. Und ich bin so, ach ja, der John. Ja, äh, wie sagt er so schnell, er ist noch an einem Scheideweg in seiner Karriere und er weiß nicht genau, wo der Weg ihn hinführen wird. Ja, ne, also ich weiß es auch nicht, ähm, ich hoffe zu guten Matches und nicht zu Hausshow-Matches, weil das fand ich wirklich eine Farce hier, also klar ist das cool für die Crowd vor Ort, dass die John Cena gesehen haben, aber vom Fernseher hab ich mir gedacht so, man, das war mal ein easy Paycheck, den du da geholt hast, so, also für einmal oder zweimal im Ring sein und die, äh, Aktionen abfeuern, naja. Also ich hab ja gehört, dass es wirklich so war, dass er nicht bumpen durfte, weil er ja gerade diese Dreharbeiten mit, äh, Jackie Chan hat. Ja. Und deswegen wurde verboten, dass er einen Bump nimmt. Dann passt ja auch der Finisher dazu eigentlich. Ja, also, da hat er den ja, der hat ja mit ihm trainiert. Ja, ja, ja. Ich glaub, viel interessanter als John Cena sind eigentlich die drei anderen Personalien, die wir hier gehabt haben, ne, wir fangen erst mal vorne an, fangen erst mit Elias an, da, äh, haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen drüber gesprochen und da hat auch, äh, haben wir auch eine Frage zu, deswegen bauen wir die hier gleich mal mit ein, weil ich find's ja doof, wenn wir dann irgendwie doppelt drüber reden. Der, äh, Braun Strowman fragte nämlich über, äh, YouTube, ähm, was denkt ihr über Elias und wird er ewig auf seine aktuellen Position stagnieren? Mit ihm geht es ja momentan irgendwie nicht voran. Ähm, also, der gute Braun fänd, dass, äh, eine Friede mit Elias und Rollins um den IC-Title total cool wäre und das find ich übrigens ne geile Idee. Also, schreibt dann, Elias könnte dann auf die Intercontinental-Title-Worldtour gehen. Und ich find das so, ich find diese Idee so geil, so, vom, vom Grundgedanken her. Ich weiß nicht, wie siehst du hier die ganze Geschichte? Also, ja, hätt ich Bock drauf und auch dieses, so ein bisschen so, dieses Honky-Tonk-Style, diese, wo er, der war ja auch sehr lange IC-Champion und sowas. Und ich muss auch sagen, ich mochte auch das Match zwischen Elias und Rollins, aber ich kann mich noch daran erinnern, als wir das, wir hatten das irgendwann auch mal besprochen, ich glaub irgendwie auch mal kurz im Podcast oder so, da hatten wir aber auch alle gesagt, das war schon gut, aber du hast auch gesehen, dass in Elias im Ring noch Sachen fehlen. Ja. Daran kann ich mich erinnern. Und ist eben die Frage, ob du jetzt, also klar, charismater Typ bist, du geht nicht mehr. Und ja, es ist auch irgendwie, ich bin auch ehrlich, dass mich jetzt so diese Elias-Sachen, so die jetzt seit mehreren Monaten gleich sind, auch nicht mehr so abholen wie am Anfang. Klar hast du immer noch so ein paar Highlights, wie zum Beispiel die Sache mit Kevin Owens, wo sie da komplett ausgebucht wurden. Aber es ist dann doch auch irgendwann dieses, oh ja, die Stadt ist so blöd und hier und da. Klar hast du mal so einen kreativen Spruch, aber es stagniert dann doch schon wirklich, stark, meiner Meinung nach. Und ich hätte nichts dagegen, wenn er um den IC-Belt irgendwie mitfäden würde. Also ich würde ihn da auf jeden Fall sehen. Ich sehe ihn auch als irgendwie so einen zukünftigen IC-Champion. Und das wäre auch für mich so momentan das einzige Programm, was man ihm geben könnte, weil ich sehe ihn gerade auch nirgends woanders, außer diese typischen Elias-Promos halten. Und Rollins macht ja gerade auch nicht sonderlich viel mit dem IC-Belt. Nee, nicht so wirklich. Der geht ja auch so ein bisschen in der Shield-Geschichte so ein bisschen unter ein. So wie das US-Ding damals. Ja. Aber ich weiß auch nicht. Also ich mag Elias grundsätzlich sehr, aber ich finde auch, dass ihm da im Ring noch ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen was. Das hat man jetzt auch hierhin wieder mal gesehen. Das wird besser, aber ich glaube, den hat man einfach in erster Linie für seinen Charisma hochgeholt. Und ich glaube, an allem anderen, da ist er so eine Art Projekt in Progress so ein bisschen. Also der lernt quasi so on the road so ein bisschen. Und das macht es aber auch interessant, weil ich glaube, der wird irgendwann auch, der wird irgendwann seine Breakout-Performance haben, aber es wird noch ein bisschen dauern. Aber klar. Da hoffe ich mir halt nur, dass sich die Crowd dann bis dahin nicht an ihm satt gesehen hat. Das ist natürlich das Richtige. An diesen immer gleich werdenden Promos, weil dann sagst du, okay, er ist zwar charismatisch, aber er sagt immer das Gleiche. Und dann, du weißt ja, wie schon das Interesse fällt bei Wrestling-Fans. Ja, absolut, ja klar. Aber noch schafft er es ja, irgendwie einen abzuholen. Insofern kann ich dem guten Browner nur zustimmen. Also, dass Elias gerade stagniert, vollkommen richtig. Aber ich glaube, dass man mit ihm auch viel vorhat, weil er ja auch wohl eins der Pet-Projects von Vince McMahon persönlich ist. Der hat sich wohl damals auch persönlich dafür eingesetzt, dass man Elias hochzieht. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, ich glaube nicht, dass man ihn fallen lässt, sondern ich glaube eher, dass man da versucht, ihn quasi immer so im Programm zu halten, damit man ihn nicht vergisst. Aber das Risiko, dass man da eben so ein bisschen Übersättigung kriegt, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich schon da ganz klar. Da muss irgendwann auch eine Entwicklung stattfinden. Momentan schafft das Elias noch dadurch, dass er einfach so viel Charisma mitbringt. Und dann auch, du hast gesagt, Zusammenspiel mit Kevin Owens, war ja auch richtig geil einfach. Das wird es vorerst nicht geben. Kevin Owens ist verletzt, Kai. Ja, genau. Irgendwie wird am Knie operiert, glaube ich, habe ich gelesen. Fällt aus für, was war das, sechs bis acht Monate? Ach, sechs bis, doch, sechs bis acht habe ich gelesen. Ich habe vier bis acht gelesen, also auf jeden Fall lang. Genau. Wer weiß, Comeback bei Raw After Mania oder sowas. Aber ja, Kevin Owens ist erstmal draußen. Viele sagen auch, vielleicht ist es besser, weil das ging ja momentan so in gar keine Richtung. Also ich finde es auch immer schwach zu sagen, wenn so Leute sagen, oh ja, Kevin Owens, die WWE hat ja nichts mit dem gemacht. Also ich weiß noch, in seinem ersten Jahr im Main Roster oder sowas war davon, glaube ich, die Hälfte der Zeit Champion. Also irgendwie in zwei Jahren war er irgendwie, keine Ahnung, mindestens 300 Tage Champion. Das war dann schon in Ordnung. Also es ist nicht so, dass er nie was erreicht hat in der WWE. Der war mehrfacher IC Champion und sowas. Aber ich stimme schon zu, dass gerade so das letzte Jahr, dass da nicht so viel passiert ist. Du hast zwar die Fälle mit Shane McMahon und auch so immer so ein paar Peaks, diese Kopfnuss gegen Vince. Aber jetzt gerade bei Raw, da ist da nicht so viel passiert. Und durch den Wegfall von einem Sami Zayn irgendwie noch weniger. Also von daher, vielleicht tut es ihm auch ganz gut. Dann hat er so einen frischen Neustart. Zumindest ist das meine Meinung. Ja, und vor allem, er ist jetzt hier dann quasi auch als Babyface ausgestiegen. Weil ja, es gab ja eigentlich auch so eine Art Double-Turn. Also er traf ja dann bei Raw auf Bobby Lashley. Und da gab es ja dann nach dem Match, gab es ja noch die Attacke von Bobby Lashley, wodurch quasi die Verletzung von Owens verkauft worden ist. Da hat ja dann die, Bobby Lashley hat ja dann die Knie von Kevin Owens mehrfach gegen den Ringpfosten geschlagen. Angefeuert natürlich von Leo Rush, den ich übrigens weiterhin absolut geil finde am Mikrofon. Ja, super unterhaltsam, aber sehr nervige Stimme. Das Interessante ist ja auch noch daran, auch da wieder. Ich habe jetzt gehört, dass Leo Rush auch einer der Lieblinge von Vince McMahon sein soll. Und der hat ihm wohl persönlich die Worte ins Ohr souffliert. Das habe ich auch gelesen. Und da habe ich mir gedacht, aber warum denn? Also so, muss jetzt wieder der alte 70-jährige weiße Mann dem jungen, hippen Typen irgendwie sagen, was cool ist? So, macht er dann so ein Fortnite-Tanz oder sowas? Oder was passiert dann? So, mach das, das finden die Kinder lustig. Also so dieses, so lass ihn doch, gib ihm seine Stichworte, aber gib ihm doch sonst irgendwie so ein Open Mic, dass er sagen kann, was er möchte, weil es hat ja auch vorher irgendwie funktioniert. Und, ähm, also nicht Open, Open Mic, aber dieses, so lass ihn doch irgendwie sagen, was er möchte. Und, ähm, weiß nicht, ob da Vince McMahon der Richtige ist, der einem da ins Ohr hustet. Das, das ist natürlich die Frage, ne, ähm, abgesehen davon jetzt so die Worte, die dann da gefallen sind, waren jetzt ja auch nicht so absolut originell, ne, so Bobby, Bobby, da wäre ja niemand sonst drauf gekommen, sage ich dir. Nee, also das war einfach krass. Ja, absolut krass. Nein, aber ansonsten, ich finde, findest du nicht auch, dass du, dass, dass Bobby Lashley jetzt von 0 auf 100 auf einmal interessanter geworden ist? Ja, Hylio Rush ist interessant, also Bobby Lashley halt nicht. Also dieses, ich mag auf jeden Fall, dass er jetzt als Heel unterwegs ist, weil dieser Face-Bobby Lashley mit seinen Schwestern war super scheiße, sind wir mal ehrlich. Also kann man auch nicht schön reden. Ähm, und wenn du jetzt irgendwie so einen arroganten, zerstörerischen Bobby Lashley hast, das ist auch jemanden, den kannst du auch ernst nehmen, den kannst du auch irgendwie gegen einen Braun Strowman setzen, weil der, der hat ja Power, also der hat ja Muskeln auf den Muskeln der Muskeln. Und von daher ist das auch dann einer, wo du sagst, der kann mir gefährlich werden. Und auch mit diesem sehr nervigen Hylio Rush an seiner Seite, diesen, ja, den Talker für den großen Starken. Also, ich seh da irgendwie sehr unterhaltsame Fäden. Oder ich hoffe auf unterhaltsame Fäden. Ich seh's eben auch so. Ich finde, da muss auch ein Bobby Lashley gar nicht mehr viel reden. Es gab ja danach auch nochmal so eine kurze Promo von den beiden, wo er eigentlich auch in erster Linie ein Lashley böse geguckt hat und vielleicht noch so drei, vier Worte gesagt hat. Ja, genau. Das ist okay. Wenn der nicht quatscht und sein breites Zahnpasta-Grinsen zeigt, dann ist der okay. Und ich glaube auch, dass wenn der ein bisschen ruchloser im Ring ist und dabei nicht auch noch grinst irgendwie, dann kann das auch richtig was werden. Ich glaub, die beiden harmonieren ganz gut zusammen. Ist natürlich so ein ungleiches Team. Aber gerade auch in Lio Rush als dieser Hype-Guy, Hype-Man, das ist doch super. Also ich bin da echt gespannt drauf und da hab ich jetzt auch zumindest ein bisschen Bock auf Bobby Lashley, weil das war ja jemand, den, ganz im Ernst, wie lange schimpfen wir über den, wie langweilig der ist. Das ist halt jemand, der wieder da ist. Genau. Ja, naja, auf jeden Fall da eine spannende Entwicklung, wie ich finde. Da hat man zumindest was gemacht generell. Also jetzt hier, wenn man John Cena ausnimmt, da gab's ja dann auch durchaus, ja zumindest mit Kevin Owens und Bobby Lashley zumindest auch wirklich was zu erzählen. Ganz im Gegensatz dann auch wieder zum nächsten Match bei Super Showdown, wo dann die Iconics auf Asuka und Naomi getroffen sind. Ja, die Australierinnen dürfen gewinnen. Ein bisschen überraschend. Naomi steckt am Ende den Pinfall hier ein. Ja, Match war so da. Da waren fünf Minuten und ein paar zerquetschte. Eigentlich war es super egal, sind wir mal ehrlich. Ja, es war total egal. Also Iconics war da, weil Hometown, blablabla, also Hometown, Home Country. Asuka ist irgendwie so in der Versenkung verschwunden. Und Naomi war dann auch so da und ist noch ganz witzig in der Mix-Match-Challenge. Aber eigentlich ein total belangloses Match. Ja, unterschreibe ich so. Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht großartig drüber sprechen. Also wir haben schon so ein bisschen mal drüber geplaudert. Hier, was mit Asuka gerade ist, ist irgendwie so ein bisschen traurig. Mit den Iconics weiß man auch nichts, was man mit denen anfangen soll. Das war ein Match, das ist im Niemandsland der WWE Women's Division gelandet. Also falls dann bei Evolution mal, ja, dann doch die Women's Tag Team Titles angekündigt werden, dann ist natürlich so ein Team wie die Iconics interessant. Ja, vielleicht hält man auch deswegen Asuka und Naomi zusammen. Ich weiß es nicht. Generell hat Asuka eigentlich was Besseres verdient als das, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber also natürlich ist es auch geil, wie wir immer bei diesem aktuellen Podcast so viel Gossip sind. Also dieses, ich habe das und das gelesen, aber passend dazu habe ich auch das und das gelesen, dass das Problem bei Asuka ist, dass wirklich dieses Problem mit der Sprache sehr stark im Vordergrund steht. Und ich muss auch wirklich zugeben, gerade bei diesem Rumble-Aufbau-Dingen, das ist wirklich störend, Asuka-Promos. Also dieses, da ist jetzt irgendwie kein Hörgenuss drin, da sind wenige Emotionen drin, weil da geht es wirklich eher darum, dieses, wie sage ich die Worte vernünftig, und da wird weniger darauf geachtet, irgendwie noch Emotionen oder sowas dahinter zu bringen. Von daher ist das dann auch häufig sehr flach und irgendwie ohne viel Charakter. Deswegen ist es auch, also eine Asuka im Ring sehe ich gerne, aber irgendwie so in Fäden kann man mit der nicht so viel anfangen, wenn es darum geht, Promos zu halten. Ja, das ist es halt. Muss man leider so sagen. Also da ist ja auch, ich meine, Ausstrahlung hat sie ja und Charisma hat sie auch und einen eigenen Look hat sie auch. und Wrestling, ne, beherrscht sie auch. Aber die Promos sind da echt ein bisschen schwierig und vielleicht da auch wieder Manager oder sonst irgendwas, aber das ist ja bei, in der Damen-Division jetzt auch noch nicht so, dass man da irgendwie einen Manager an Bord holen wird. Finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Vielleicht sollte man da auch mal überdenken, dass man auch gerade so Charaktere wie eine Asuka dann dadurch aufwerten könnte. Ich weiß es nicht. Also insofern kann ich da dieses Gerücht auch durchaus nachvollziehen. Ähm, zwei Männer, die sich mit Promos auskennen und die auch sehr gut beherrschen, sind AJ Styles und Samoa Joe. Was eine Überleitung. Ähm, die trafen dann, äh, Wenn die trafen dann, äh, bei Supershow dann natürlich um die, äh, ein Match um die WWE Championship an. No Countout, no Disqualification. Und ich hab eine lustige Review gelesen, da hat einer nur geschrieben, Ja, wenn, wenn das hier eine glorifizierte Hausshow sein sollte, dann haben AJ Styles und Samoa Joe definitiv diese Nachricht nicht bekommen. Haha, find ich passend. Find ich sehr passend und sehr schön. Ja, das war nämlich ein richtig geiles Ding. Also ich hab, während das, der Event lief, hab ich, äh, noch die, die Live-Reviews, äh, geschnitten vom, äh, was war das? Das lief samstags, also vom ersten Tag. Und hab das so nebenbei laufen lassen. Und ich bin wirklich dann auch von meinem, von meinem Schnittprogramm weggegangen. Und hab dann erst, hab das angeguckt, weil das hat mich wieder gepackt. Ich fand das richtig geile, harte Auseinandersetzung. Das ist eigentlich genau die Art von Match, die wir uns von AJ Styles und Schützke Nakamura von Anfang an versprochen haben. Ja. Und die beiden harmonieren so geil miteinander. Und es gab natürlich dann auch einen Punkt im Match, äh, wo es, wo man dann auch das Gefühl gehabt hat, jetzt wird's nochmal echt. Das war nämlich dieser Table-Bump, Kai. Ich dachte aber auch, das ist wirklich echt. Also weil, der ist ja auch, das ist ja die Sache. Dann guckst du immer nur so auf die Zeitlupe. Dann bist du so, hm, weiß ich nicht. Und er ist ja so, so halb schief gefallen. So nach dem Motto, oh AJ, habt ihr nicht richtig gehalten? Und ist dann blöd mit ihm gefallen. Und er ist wirklich auf diesem Knie gelandet. Und dann dieses, oh, it popped und so. Da bist du ja so, oh, ist da gerade wirklich was echt oder so. Dieser Wrestling-Fan, der immer so, so schlauer sein wird als alle anderen. Dieses, oh, ist das jetzt was? Ist das nicht? Worken die? Worken die nicht? Und so was. Und wirklich, als dann dieser Moment kam, weil das hat, das ging ja auch ungefähr so eine Minute oder so was, von der Tür auf dem Boden rollt. Und AJ stand irgendwie daneben. Ist ja auch dieser typische Look, dieses, hab ich gerade meinen Partner verletzt oder so was? Der Ref geht hin. Und dann geht AJ auch da hin, guckt nach, nimmt den Ref, stellt ihn an die Seite und sagt so, du bleibst jetzt hier. Und dann ist ja AJ in so einen ganz anderen Modus verfallen. Er hat dann auf das Bein eingetreten. Er war irgendwie viel brutaler. Das war so ein bisschen wieder diese, diese AJ Styles Pitbull-Mentalität, die er auch bei dieser John Cena-Feder hatte. Also, das war das, was ich wollte. Weil du hattest auch in der Fede auch zwar diese Intensität, aber auch gerade so diese, die allerletzte Promo, wo dann eben AJ zu Hause saß und so halb geweint hat, so nach dem Motto, oh, ich muss zu Hause bleiben, das muss aufhören. Die fand ich nicht wirklich gut, die fand ich eher ein bisschen befremdlich. Aber als du letztendlich diesen aggressiven AJ Styles gesehen hast, nach dem Motto, okay, du greifst meine Familie an, ich mach dich jetzt fertig. Also, das war so geil zu sehen. Ja. Das war unglaublich. Ja. Das war ein cooler Moment. Das war natürlich auch eine absolut schlüssige Auflösung dieser Geschichte. Also, dass am Ende ein Samoa Joe dann aufgibt, dann eben im Cav Crusher. Ich kann mich übrigens noch immer nicht an den Begriff Cav Crusher erinnern. Für mich ist das nach wie vor der Cav Killer. Aber du bist einer, der hat so gesagt, ja, das ist nicht der Seth Rollins, das ist Tyler Black für mich. Genau. Jahrelang hab ich das. Was, der heißt Finn Balor? Das ist Prince David. Den Namen fand ich schon immer dämlich. Den hab ich damals bei der WXW gesehen. Genau das. Ja, nee, aber, aber, das hat absolut Sinn ergeben. Der Kampf war toll, der war hart geführt. Die beiden schenkten sich nix. Die haben eine geile Chemie zusammen. Und auch diese Geschichte mit natürlich dem verletzten Bein hat sich ja dann noch weitergezogen. Weil dann gab's ja, jetzt schlagen wir wieder den Bogen zum aktuellen Geschehen, gab's ja dann, ja, ein Qualifikationsmatch, ne? Äh, Quatsch, doch, absolut, gegen Jeff Hardy, ne? Um in den World Cup bei Crown Jewel vorzudringen. Und da hatte das ja dann auch weitreichende Konsequenzen gehabt, weil dann ja am Ende auch Jeff Hardy auf das Knie gegangen ist. Und dann wurde der Kampf abgebrochen. So. Schwupps. Und dann haben wir Jeff Hardy im World Cup, wo wir jetzt nur Amerikaner im World Cup haben. Aber ich hab mich, ja, also dieses World Cup, das ist auch wieder so, ja, wir machen einen World Cup. Ja, okay, wer ist denn dabei? Amerikaner. Ja, nee, nur Amerikaner. Okay. Was ich aber dann trotzdem irgendwie komisch fand, ging's nicht eigentlich darum, dass Jeff Hardy eine Pause machen sollte? Ja. Okay. Ging's nicht eigentlich darum, dass Shawn Michaels zurückgetreten ist? Ach, ja. Dann machen wir jetzt auch mal ganz kurz den Crown Jewel-Rundumschlag hier. Also, lass uns erst mal über den World Cup sprechen. Also, der World Cup ist ja ohnehin erst mal schon so eine merkwürdige Angelegenheit, ne? Also, wer da jetzt qualifiziert ist. Also, Kurt Angle, der als Conquistador aufgetreten ist und ... Wie beweglich war eigentlich auf einmal Kurt Angle. Wo er dann auch diesen komischen, diesen Vorwärtsbump genommen hat. Einfach so. Die Lutscherrolle war das mal. Ja, ja, genau. Das war auch so, okay. Also, schlecht sah's nicht aus. Vielleicht auch, weil man sein Gesicht dabei nicht gesehen hat und wie angestrengt er dabei war. Aber das war schon in Ordnung. Ja. Also, es war auch ein lustiger Moment. Ja. Gebe ich zu. Das fand ich auch okay. Aber ganz im Ernst, dieser World Cup fühlt sich jetzt schon wieder so an, als wenn zwei fette Kinder WWE 2K19 spielen würden und eine Junior zusammenbauen würden. Hey, komm. Da muss erst mal John Cena rein. Den finde ich geil. Und Randy Orton. Die Viper, die brauche ich auch. Ja, und dann brauchen wir noch einen richtigen Catcher. Dann nehmen wir noch Kurt Angle. Und dann noch den Jeff Hardy. Der hat doch dann mal so krasse Sachen bei TLC gemacht. Den müssen wir nehmen, oder? Der springt vom Stadion runter. Genau. Aber du hast jetzt einen Alterschnitt von weit über 40 bei diesem Ding. Was ist da los? Also, dann kommt nächste Woche noch Real Mysterio dazu. Genau. Real Mysterio kämpft ja gegen Shinsuke Nakamura. Genau. Wen kriegen wir dann noch von Raw? Braun Strowman vielleicht? Nee, Braun Strowman ist doch bei Crown Jewel schon. Ach, der macht ja hier seinen Mega-Ding, genau. The Rock kriegen wir noch. Kriegen wir noch Kevin Nash. Und ... Wir kriegen noch Hulk Hogan. Wir kriegen noch Hulk Hogan. Haben wir's doch. Sind wir voll. Ja, also, dieser World Cup ist jetzt ... Also, sorry, ich kann das nicht ernst nehmen, oder? Also, das ist doch wirklich so, wie ... Da hat sich jemand was zusammengewürfelt einfach. Ja. So fühlt es sich zumindest an. Die ganze Card wird so aussehen von Crown Jewel. Ja. Dann hast du da wieder irgendwie dann ... Ah, den Brock Lesnar, den brauchen wir auch noch. Ja, mach ein Titelmatch raus. Ja, aber den Undertaker, mach ein Tag-Team-Match. So, die Ex nehmen wir auch. Ja. Wahrscheinlich kriegen wir noch Bobby Lashley. Kann ich mir vorstellen, dass wir die noch mit drin haben. Das ist, äh ... Vielleicht auch The Mist, der hat nichts zu tun. Na, nee, The Mist, dafür bezahlen die doch noch nicht. Alles. Hallo? The Mist ist noch nicht 5,40. Ja, aber ... Weiß nicht. Also, dieser World Cup, der ist ... Der ist jetzt schon ein bisschen absurd. Was weiß ich, wie ist da deine Meinung zu? So, wie sich das bis jetzt so zusammenstellt. Wir haben vier Leute. Das ist die Hälfte des ... des ... World Cups quasi. Nee, ich bin halt kein Fan von dem Saudi-Arabien-Event an sich. Und auch wieder dieses World Cup-Ding, das ist dann wieder irgend so ein saudi-arabischer Kronprinz rauskommen kann und sagen, hier hast du die Trophäe, hier hast du irgendwie einen grünen Gürtel, den wir nie wieder sehen. Der ist super wichtig. Und, ähm, ja. Also, so komplett irrelevant. Ich weiß auch nicht. Also, die Sache ist ja auch, wie läuft das dann ab? Hast du dann wirklich diese Viertelfinal-Matches, dann noch mal Finale, dann hast du ja allein schon vier, dann hast du ja allein schon sieben Matches. Ja. Also ... Dann machst du noch das, äh, das Championship-Match mit Lesnar, also Universal-Championship-Match, Roman Reigns, Brock Lesnar und Braun Strowman. Und dann machst du noch das andere Championship-Match mit Daniel Bryan und AJ Styles, dann ist die Cut voll. Das ist auch eine frech ... Das ist das ... Dann hast du noch D-Ex und Brother Destruction. Ach stimmt, die hast du auch noch. Dann ist ja erst recht voll. Frauen brauchst du ja nicht, können ja zu Hause bleiben, super. Die haben doch vorher Evolution. Damit sollst du schon zufrieden sein, und ich finde es übrigens eine Frechheit, dass die Saudis AJ gegen Daniel Bryan bekommen. Ja. Also da bin ich einfach so komplett Wrestling-Fan, der sagt, so haben die nicht verdient. Ich habe doch euch noch vollkommen entsetzt bei der WXW Tag League mein Handy gezeigt und so, Crown Jewel bekommt Styles gegen Daniel Bryan. Nein, das ist für mich ein absolutes Dream-Match, was eigentlich ... Das muss beinahe WrestleMania sein. Ja. Da müssen die beiden richtig abreißen. Wir haben letztes Mal schon gekotzt, die sind doch nach WrestleMania, sind die doch bei SmackDown ganz kurz aufeinander getroffen. Aber das war noch okay, das war dieser Teaser, das fand ich noch in Ordnung. Eben. Aber jetzt dann wieder da, und sind wir ehrlich, auch darüber können wir jetzt ja dann kurz sprechen, weil wir eh gerade schon hier Crown Jewel Bashing betreiben. Das passiert sonst nur bei James Bond, weißt du? Crown Jewel Bashing. Wow, danke. Olaf Bleich, der Mann für die Witze. Ja, muss auch mal sein. Er ist noch den ganzen Abend hier. Genau. Halle ist leer. Spontan keine Podcast-Hörer mehr. Kann ich aber YouTube sehen, so geschätzte Zeit des Zuhörens, bis Olaf die ersten Witze macht. Bei iTunes werden die Falls wieder hochgeladen. Genau. Genau das. Ja, WWE ist ja auch gerade da ziemlich unter Feuer, was Crown Jewel angeht, weil ja jetzt auch noch sozusagen politische Verstrickungen dazugekommen sind, Kai. Oh ja, da gibt es jetzt ja, das ging erst so ganz klein los, da hast du irgendwie mal hier und da, also so einen kurzen Bericht gelesen und dann war es dann irgendwie New York Times, Washington Post und dann auch irgendwie hier, Fokus und keine Ahnung wo überall, dass ja dieser Journalist, der auch irgendwie so kritisch gegen das Regime geschrieben hat, in Saudi-Arabien in die Botschaft ging, aber nicht mal rausgekommen ist. Und dann gibt es da jetzt ja die, ich nenne es mal eine Anklage von der Türkei und auch Amerika, dass dann besagter Journalist umgebracht sein worden sollte, umgebracht wurde, Punkt, von saudi-arabischen Agenten, Armee oder sowas, auf Befehl des Kronprinzen und das ist natürlich kritisch, wenn sich das bewahrheiten sollte, in einem Land, mit dem du irgendwie einen Zehn-Jahres-Deal abgeschlossen hast, wo auch sogar Amerika selbst dann irgendwie dagegen ist und sagt, wenn sich dieser Verdacht bewahrheiten sollte, dann gucken wir erstmal, wie das mit der Partnerschaft weiterlaufen wird. Also jetzt nicht Wrestling, sondern generell die Partnerschaft zwischen Amerika und dem Königreich Saudi-Arabien. Ja, um das nochmal so ganz klar hier hinzurücken. Also der Journalist heißt Jamal Khashoggi und ist Schreiber bei der Washington Post und der war in Istanbul und wollte da wohl für sich und seine Verlobte die Hochzeitsdokumente abholen aus der Botschaft von Saudi-Arabien, denn er stammt aus Saudi-Arabien und war da eben bei der Botschaft und seine Frau, beziehungsweise Verlobte, wartete vor der Botschaft und er hat gesagt, also nach dem Motto, geht die schnell holen und da kam er aber nicht mal raus. So, schwupps. Und jetzt gibt es dann eben diese Verschrickung und dadurch gerät natürlich auch WWE extrem ins Kreuzfeuer, weil das natürlich wirklich auch schon ja auf der höchsten Ebene wirklich dann auch schon zu Problemen führt. Also wir hatten das schon häufiger, dass gerade auch in der Türkei da Journalisten eingesperrt worden sind, aber das dann auch wirklich quasi ja in einer Botschaft, dass sowas passiert, ist schon extrem schwierig und jetzt wird man mal sehen, wie sich das dann auch für WWE entwickelt. Wir wollen jetzt hier keinen Politik-Podcast machen oder sonst irgendwas, aber es wird sich wohl auch dazu geäußert von Seiten WWEs, dass es hieß, ja, wir beobachten das. Andererseits, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass man da jetzt nochmal von dem Event zurücktritt oder rechnest du mit sowas? Nee, auf keinen Fall. Also ich denke, also die Planungen sind jetzt auch viel zu weit gelaufen oder sowas, dass WWE da jetzt sagt, wir machen das nicht. Obwohl, also, es ist die Frage, also jetzt, wenn er wirklich jetzt in den nächsten Tagen rauskommt, okay, aber das, sind wir mal ehrlich, das wird sehr unwahrscheinlich jetzt irgendwie in den nächsten fünf Tagen bestätigt werden, okay, der wird umgebracht von den Saudis, hier ist der Beweis. Also das kann ich mir auch einfach nicht vorstellen. Das wird so ein, dieses, ja, wir sagen, ihr habt das gemacht, ja, aber wir sagen, wir haben das nicht gemacht und dann ist da dieses Event, das hat dann noch einen dreimal fahrbaren Beigeschmack. Ähm, also ich glaube, genauso wird es ablaufen, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch, also da hofft man, glaube ich, dann auch einfach so ein bisschen auf, ja, das kurze Gedächtnis der Öffentlichkeit und klar wird das nochmal ein bisschen aufgebauscht werden in irgendeiner Form, aber ich glaube, das wird es länger dauern, als, äh, dass wir jetzt noch Zeit bis zum Event haben, aber natürlich wirft das auch, äh, ein denkbar schlechten, äh, ein denkbar schlechtes Licht einfach auf WWE, die ja einen Zehnjahresvertrag, äh, mit Saudi-Arabien abgeschlossen haben und dann muss man mal sehen, ne, also jetzt hat Donald Trump hat sich natürlich da auch schon, äh, mit eingeschaltet und hat gesagt, hier, äh, klett das mal auf und inzwischen äußern sich wohl auch die ersten Senatoren dazu und geben ihren Senf dazu, der Druck steigt auf WWE und man hat wohl tatsächlich jetzt die ersten Meetings anberaumt und man wird sehen, was dabei rauskommt, ne? Sehr schwierig alles, ne? Also wir haben schon beim letzten Mal gesagt, beim letzten, äh, wie hieß der nochmal, beim Greatest Royal Rumble, haben wir schon gesagt, dass, dass es da eben nicht nur was, das sind die Rechte der Frauen, sondern auch was allgemein die Menschenrechte, äh, in Saudi-Arabien angeht, dass das keine coole Sache ist, muss man so zu sagen. Naja, also, ich bin mal wieder gespannt, ähm, weil beim letzten Event, gerade beim Greatest Rumble, das waren ja schon Propaganda, wie die da gezeigt wurden, ne? Also wirklich dieses, oh, hier, guck mal und wie toll das Land ist und sowas und dann hörst du irgendwie wieder, irgendwie zwei Tage später wurden da wieder Leute zum Tode verurteilt wegen welchen banalen Sachen und, ähm, die größte Frechheit wirklich, ich bin mal schon, dass wirklich, ob es so kommt, wenn bei Evolution Crowntree beworben wird. Also, weil das wäre einfach nur, ich sag's grad, euer Ernst? Also, das wäre eigentlich nur noch, das wäre eigentlich nur zynisch. Also, ja. Wenn sie wirklich sagen, hier ist unser Only-Frauen-Paper-View. Ach ja, und guck mal, in zwei Wochen oder in einer Woche danach ist unser Nur-Männer-Paper-View, weil Frauen nicht erlaubt sind, okay. Ja. Also, ähm. Ach, das ist alles, alles echt nicht schön, muss man ganz klar so sagen. Und, ähm, also, ich kann mal, ich wage jetzt aber mal die Prognose, dass wir nicht The Rock als WWE Champion in Saudi-Arabien sehen werden. Das, ich hoffe. Das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, weil diese, äh, Gerüchte gab's ja. Ja, also, ich hoffe es einfach nur inständig, ne? Also, dieses, ähm, weißt du, weißt du, was ganz witzig war? Ich hab letztens auf so einer News-Site ein Ding gesehen, da hat sich die WWF über die WCW lustig gemacht, dass dir so viele Allstars einsetzen würden. Und, ähm, wenn du das mal heute siehst und dir die WWE anguckst, dann ist auch so, ihr seid schon ein extreme Heuchler, oder? ja, ähm, ja, also, ich brauch wirklich nicht dieses, diese Part-Timer als Champions, nur weil's irgendwie jemand, der mit nem ganz, ganz, ganz großen Geldbündel wedelt, irgendwie sagt, den will ich aber haben. Und, ähm, ja, das ist schon beim Shawn Michaels nervig. Also, ich finde aber, darauf sollten wir dann, also, auf diese Shawn Michaels Sache gehen wir dann ein, wenn wir am Ende von Superschaudern angekommen sind. Genau das, da springen wir gleich noch mal hin. Dann lass uns hier noch mal weitergehen, weil es gibt vieles, über das man hier diskutieren muss, auch in dieser Woche. Und das ist alles ausgehend von Superschaudern gewesen, ne? Wir haben AJ Styles gegen Samoa Joe, äh, das wahrscheinlich beste Match der Card, da kam aber nachher noch eins, das war auch Spitzenklasse, aber so rein von der Bedeutung her würde ich das hier eben noch ein bisschen höher ansiedeln, einfach. Also, die Frage ist jetzt ja, was macht ein Joe nach dieser Fede? Ja. Ich find's auch immer blöd, dass Leute sagen so, oh ja, jetzt wird der Joe gar nicht richtig benutzt, das ist immer so, vielleicht gewinnt auch, auch in AJ Styles mal mehrere Fäden hintereinander, kann das nicht auch sein, muss immer direkt der nächste in der Fäde den Titel holen oder sowas. Ich weiß auch nicht, das ist immer so ein komisches Fan-Denken, finde ich. Dieses, ja, der AJ hat ja den Nakamura besiegt und den Joe jetzt auch noch, auch jetzt, jetzt können die ja direkt wieder zu NXT gehen, die beiden. Ja, nee, so schlimm seh ich das jetzt nicht, außerdem Joe hat ja auch nicht absolut deutlich verloren, sondern es war jetzt ja in diesem Fall, war es dann eben diese Verletzung durch den Table-Bump und das verkaufen sie jetzt ja weiterhin, also theoretisch, also für mich ist der noch immer nicht raus aus der Geschichte eigentlich, sondern ich hab eher das Gefühl, dass jetzt auch diese, dass diese Fäde quasi so ein bisschen ruht und ich hoffe, dass man vielleicht dann auch Richtung Survivor Series oder was auch immer, dann so eher in Richtung Three-Way geht, Four-Way, vielleicht irgendwie AJ Styles, Samoa Joe, Daniel Bryan, vielleicht auch noch mit The Mist dabei oder sonst irgendwas, ich glaube, dass man baut da gerade bei SmackDown eine ganze Reihe von validen Number One Contenders auf, weil auch, wie gesagt, für mich ist Samoa Joe hier nicht der Verlierer dieser Fäde, sondern ja, das ist quasi durch einen Unfall passiert, diese Verletzung, also klar, Kayfabe und so, bla, aber dadurch ist er für mich trotzdem geschützt worden, der ist nicht schwächer als vorher, gar keiner Art und Weise. So, nächstes Match auf der Kart war das Six-Woman-Tag-Team-Match zwischen Ronda Rousey und dem Bellas und der Riott Squad. Ja, die beste Nachricht aus diesem Kampf, Liv Morgan hat offensichtlich keine bleibenden Schäden davon getragen. Ja. Irgendwo so zu sagen. Ansonsten war das Match total belanglos, also das war wieder ein Showcase für Ronda und die Bellas, ähm, muss man nicht gesehen haben, am Ende gab es diesen Double-Armbar von Ronda gegen Liv Morgan und Sarah Logan, fand ich ganz originell, auch wenn ich irgendwie mir nicht vorstellen kann, dass das richtig geil ist, aber dann ist es auch wurscht. Ähm, viel interessanter war es natürlich dann, was bei Raw passiert ist, weil da gab es dann endgültig den Turn der Bellas gegen Ronda Rousey. Hatte ich das emotional so mitgenommen wie mich, Kai? Ohne Scheiß, das war wirklich seit dem Cash-In von Rollins das Krasseste, was ich gesehen habe. Also wirklich all hands down. Ich konnte das nicht glauben, dass meine Bellas gegen Ronda Rousey turnen, also empört, einfach nur empört. Ja. Ja, und dadurch, das ist der Aufbau, das ist jetzt der Aufbau für Evolution, wenn man ehrlich ist. verdient das Main Event dann bestimmt. Also dieses, ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt Ronda Rousey gegen Nikki Bella bekommen müssen, das ist wirklich das, was du gesagt hast, denke ich mal. Das ist der Name Value, der da irgendwie mitschwingt, weil auch Bellas dann noch bejubelt werden. Ich fand es übrigens sehr geil, dass die Bellas, dass die Bella-Musik angegangen ist in Australien und die Krass hat geboot. Das fand ich sehr schön. Das war Balsam für die Seele und eine Wohltat für die Ohren. Also wirklich, ich mag die Bellas nicht. Also auch dieses, das ist halt für mich, das ist für mich die personifizierte Diven-Division. Ja. Und das brauche ich nicht mehr. Ja. Unterschreibe ich komplett so, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass ich die Bellas für mit eine der größten Tiefpunkte des Damenwrestlings bei WWE halte, dass die auch so lange sich da gehalten haben. Ich fand die immer schrecklich. Klar, die sind irgendwie bekannt, natürlich sehen gut aus, absolut. Aber brauche ich die jetzt in so einem großen Match? Nein. Aber natürlich kann ich auch irgendwie verstehen, dass man versucht, so einen großen Namen nochmal irgendwie reinzubringen. Die verkaufen ja auch Merch und hier und da. Ich mag es trotzdem nicht. Also einfach nur aus Fansicht der Wrestling sehen will, finde ich es blöd. Ja, und dann gibt es auch wieder, sagt David immer so schön, den Stripper-Entrance von Nikki Bella mit Hüftspung und Shirt ausziehen und so. Das erinnert mich immer an so einen Typen, der eine Sonnenbrille auf hat, die Sonnenbrille absetzt und noch eine Sonnenbrille drunter ist. Und das ist immer dieses so, ja, und es hat sich nichts verändert, außer manchmal so von Weiß zu Rot oder Rot zu Weiß. Ja, aber das ist alles nicht geil und wie gesagt, wenn das das letzte Match bei Evolution würde, wäre das ein bisschen traurig. Ansonsten muss ich sagen, ich mag Ruby Riott echt gern und ich finde es schade, dass sie jetzt gerade da mit den beiden anderen Damen der Riott Squad da so Kanonenfutter quasi für diese Fede gewesen ist. Ja, das ist echt schade. Also gerade eine Ruby Riott, die mir ehrlich gesagt eigentlich super egal ist, aber jetzt in den letzten Wochen hat man die ja doch schon sehr häufig gesehen und das ist wirklich keine schlechte Wrestlerin. Also das kann man echt nicht sagen. Die macht gute Matches und ja, aber Riott Squad ist auch immer ein bisschen so als Jobber da für diese Multiman-Tag-Team-Matches. Das sind die Bösen, die dann immer verlieren dürfen. Ja, das ist es halt. Schade ist das irgendwie so ein bisschen. Also ich bin jetzt kein ausnehmender Fan von Liv Morgan, weil ich finde, die ist auch ein bisschen zu früh nach zu Raw hochgezogen worden, genauso wie in Sarah Logan, die noch ein bisschen talentierter ist. Aber trotzdem, also so in diesem Trippel zusammen finde ich das eigentlich ganz gut. Also das funktioniert gut und solange Ruby Riott quasi da als klare Anführerin da raussticht und dann auch vielleicht mal eine größere Nummer wird, kann ich damit absolut leben. Und Ruby ist eine tolle Wrestlerin, die macht mir Spaß. Ich finde, die hat auch irgendwie eine gewisse Ausstrahlung so als Anführerin der Gruppierung. Naja, jetzt hier waren sie halt Kanonenfutter und mal schauen, wie glücklich wir nach Evolution sein werden. Mal sehen. Weiter geht's mit dem wahrscheinlich zweitbesten Match auf der Kart. Sag ich das mal so. Aber unfassbar spektakulär das Match um die WWE Cruiserweight Championship zwischen Buddy Murphy und Cedric Alexander. Am Ende den Titelwechsel an Murphy und das war so ein geiler Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da richtig Gänsehaut am Ende gehabt. Du hast gemerkt, wie sehr sich Buddy Murphy das gewünscht hat, dass er diesen Titel gewinnt und dann vor der Hometown Crowd, die da komplett ausrastet. Das war auch geil, oder? Das war super. Wir hatten ja schon mal das Match zwischen Buddy Murphy und Mustafa Ali beim Match der Woche und das war ja schon fantastisch und da hast du wirklich gezeigt, also da hast du wirklich gesehen, was die Cruiserweight Division kann und was da auch hinter steckt und auch gerade so ein Buddy Murphy, also als er diesen Titel gewonnen hat und die Crowd ausgerastet ist und du hast wirklich gesehen, er hat sich diesen Titel angeschaut so nach dem Motto, dafür habe ich gearbeitet und das hat den Cruiserweight Championship in meinem Ansehen, wie ich mir die Wertigkeit vorstelle, so enorm geboostet, weil ich gedacht habe, der Titel, der steht gerade für was, dafür hat dieser Typ so lange gekämpft, den irgendwie in den Händen zu halten, auch Alexander, ich glaube, der war jetzt fast ein Jahr oder sowas in Singles Competition umgeschlagen, wenn ich mich nicht irre. Irgendwie sowas, ja. Und du hattest ja wirklich so diese Übermacht, der Typ hat seinen Titel lange gehalten, hat den nicht verloren und so alles und dann kommt Buddy Murphy jetzt immer versucht und der hat ja auch wirklich jetzt einen langen Weg bei Tour of Hive Life hinter sich, immer mit diesem, am Anfang dieses, oh ja, nee, der ist zwei Pfund zu schwer, der kann nicht und dann war der so sehr aggressiv, aber trotzdem auch beweglich und er ist dieser Schläger, der aber trotzdem auch Hive-Flying-Aktion zeigen kann und auch hast du in diesem Match gesehen, die beiden haben sich nichts geschenkt, es gab Cruiserweight mit typisch Konter um Konter um Konter ähm, unglaubliche Aktion, also wirklich 10 Minuten vollgepackt nur mit Action und sehr, sehr viel Emotion. Ein wirklich gutes Match, was man sich auch locker noch zweimal anschauen kann. Ja, absolut. Also sowohl von der Stimmung als auch von der Action und von den Moves, die da gezeigt worden sind, echt richtig cool und man hat gemerkt, dass Buddy Murphy das hier extrem viel bedeutet und ich glaube, das war wahrscheinlich der zweitwichtigste Moment der Cruiserweight-Division und der von Tour of Five Live, weil das war auch wirklich mal eine Gelegenheit, wo dann die, ja, die Cruiserweightler hier wirklich auch mal glänzen konnten und auf der ganz großen Bühne, also das hat absolut funktioniert, weil du hast ja gerade angesprochen, dass auch du das Gefühl hast, dass die Wertigkeit des Titels hier extrem angestiegen ist, unterschreibe ich komplett so, also Buddy Murphy hat sich so dermaßen gemacht, also auch von der Ausstrahlung her, von der Ringpräsenz, der ist auch jetzt zum Star geworden in der letzten Zeit und das eben bei einer, zugegebenermaßen bei einer Show, die leider nicht immer so die Aufmerksamkeit zieht, aber der sticht da hervor und ich bin auch, kann mir da auch vorstellen, dass der irgendwann mal dann den nächsten Schritt dann auch wieder Richtung, ja, normales Roster gehen wird und da dann auch wieder besser dastehen wird, als es vorher getan hat, also ich hätte nie erwartet, dass Buddy Murphy diese Entwicklung durchmacht, auf keinen Fall, also gerade wenn du irgendwie damals im Tag Team gesehen hast oder sowas bei NXT, wo er ja auch noch komplett anders aussah, wirklich Hut ab, Hut ab. Ja, absolut. Cedric Alexander genauso, der hat sich auch entwickelt, ist noch immer nicht die absolute Charisma-Bombe, aber trotzdem toll im Ring, da auch mal sehen, wie es dann eben mit dem weitergeht, ist absolutes Talent. Ich muss aber auch schon dazu sagen, dass wenn das Match jetzt irgendwie bei einem Pay-Per-View auf der Kart gewesen wäre, wäre es auch gut gewesen, aber es hat wirklich sehr von dieser Stimmung gelebt, dass eben Buddy Murphy da der Home-Town-Hero war, ne, also. Ja, absolut. Das hat das Match natürlich dann ganz anders auch von den Zuschauern irgendwie in der Wahrnehmung komplett anders dargestellt. Ja. Sonst wäre es eben wieder ein weiteres gutes Cruiserweight-Match, was man aber schon ganz oft gesehen hat. Ja, absolut. Äh, machen wir weiter in der Kart. Six-Man-Take-Team-Match, The Shield gegen die Dogs of War. Äh, am Ende gewinnt dann, äh, gewinnt The Shield nach einem langen Brawl und ganz viel Chaos gewinnt, äh, The Shield dann eben per, äh, Dirty Deeds von Dean Ambrose an Dolph Ziggler und dann können wir ja auch direkt so die Entwicklung, äh, da weiterziehen. Bei, äh, bei Raw gab's ja dann den Walkout von Dean Ambrose, der seine Kameraden dann quasi, äh, am Ende allein gelassen hat. Haben wir jetzt den Split von The Shield schon wieder, Kai? Mal schauen, wie sich das entwickelt. Also, ich find das Ganze so, das kann man spektakulärer machen, find ich. Und nicht diesen, ich bin sehr frustriert, weil ich keinen Titel hab und meine anderen beiden Freunde schon Dean Ambrose. Also, das war auch geil, wo es dann irgendwie diese Promo gab, wo dann so Roman sagt so, ja, wir müssen gar nicht beweisen so, wie krass wir sind, wir müssen das gar nicht sagen, wir müssen das nur zeigen und dann hält irgendwie Roman und Dean halt so den Titel hoch und Ambrose steht so dumm in der Mitte und sagt so, hm, blöd, ich hab halt keinen Titel. Ähm, ach ja, also ich, ich weiß es nicht. Also, ich mag The Shield und ich mag auch diese Dynamik, die drei haben, aber ich find das immer so komisch, wenn dann da noch Titel drin sind, weil du hast, also, weil diese drei sind so als Einzelstars etabliert, aber sie müssen jetzt auch immer noch wieder The Shield sein. Und, ähm, dann hast du irgendwie diese Tag-Team-Fäden, weil Roman ist ja dann mit dem Haupttitel unterwegs und der IC-Belt, der kommt da komplett zu kurz, weil ich war wirklich sehr großer Fan von diesem Workhorse, Rollins nenne ich ihn jetzt mal, der da seine Titel immer verteidigt hat in irgendwelchen Open Challenges und sowas und jetzt kämpfen sie wirklich, ich will gar nicht wissen, seit wie vielen Wochen in irgendeiner Konstellation gegen Braun Strowman, Dolph Ziggler und Drew McIntyre, das geht, glaube ich, wirklich seit dem Summerslam so, seitdem Dean Ambrose wieder da ist. Und, ähm, also irgendwie ist da für mich so ein bisschen, das klingt zwar dumm und so elitär, aber irgendwie ist da trotzdem für mich komplett die Luft raus. Das Match war mir super egal. Ja, und das Ding war, bei Raw war es mir ganz ähnlich egal. Also, ähm, die Fede ist inzwischen einfach schon so ein bisschen totgelaufen. Weißt du, die, da waren doch schon Braun und Roman waren schon im Hellen-Acelle. Wir haben tausendmal Dolph Ziggler gegen Seth Rollins gesehen, da mit diversen Stipulationen. Ähm, ja, Drew McIntyre ist dann auch irgendwie noch dabei und Dean Ambrose ist halt zurückgekommen. Ja, fein. Also, und jetzt baut man dann eben diese Fede um den, um den, um das Verlassen von, äh, The Shield auf. Mich catcht das auch nicht, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass mich diese neu formierte The Shield, äh, Geschichte nicht so 100% packt. Und diese Stable oder Gruppierung mit Braun, Drew McIntyre und Dolph Ziggler, da hat man eigentlich auch nur das Gefühl, dass man darauf warten muss, dass dann da jemand ausbricht. Und das wird dann eben Drew McIntyre sein, weil Braun muss nicht mehr ausbrechen, der ist eigentlich schon da und Dolph Ziggler ist schon so oft ausgebrochen, dass es keinen mehr interessieren würde. Ja, und auch die Sache dann mit diesem, wir müssen jetzt Braun Sphinx als Bösen irgendwie darstellen, das fand ich von Anfang auch nicht geil. Ja. Also ich hab da wirklich dann Braun doch eher irgendwie so als, das war ja auch kein Face, aber das war dieser Typ, der alles kaputt macht und den du dafür dann bejubelst. Und jetzt sagt er irgendwie dieses typische, ja, ich find euch alle blöd in der Crowd und also, das ist alles so gezwungen und das mag ich irgendwie nicht. Ja. Braun war ein guter Tweener. Schöne Grüße an David. David geht das Herz auf und jetzt zerbricht es ihm. Genau das. Ja. Ja, aber wie gesagt, das Match an sich war in Ordnung, das war unterhaltsam. Die Feder an sich ist so ein bisschen wackelig. Ich weiß es auch nicht. Also ganz im Ernst, mir ist es auch total egal, ob Dean Ambrose jetzt da ist in der Gruppierung oder nicht. Sage ich dir ganz ehrlich, weil es ist, man hat nichts dafür getan, dass Dean Ambrose mir jetzt seit seiner Rückkehr ans Herz wächst, außer dass es halt Dean Ambrose ist. Aber eigentlich ist es mir relativ latte, muss ich da ganz ehrlich sagen, weil da finde ich andere Figuren in dem Shield-Konglomerat irgendwie interessanter als ihn derzeit, weil es wurde bis jetzt noch nichts dafür getan, dass ein Dean Ambrose mir jetzt wirklich als Charakter wieder nah ist. Ja, sehe ich aber auch so. Und von daher, also ich hoffe, dass es nicht wieder der zweite fehlgeschlagener Versuch an der Shield-Reunion ist, wie wir es da letztes Jahr schon mal hatten. Also ich bin gespannt. Ich habe so ein bisschen dann die Befürchtung, dass wir jetzt irgendwie bei Survivor Series bekommen, Team Kurt Angle mit The Shield und keine Ahnung noch wem, gegen Team... Und Kurt Angle. Ja, also The Shield Kurt Angle hat halt irgendwie noch ein Fünfter, ne? Achso, ja, okay. Und dann gegen Team Baron Corbin, mit Baron Corbin und dann irgendwie hier The... Keine Ahnung, wie heißt denn die? The Show oder so ein Kram? Also halt... Dogs of War? Dogs of War, genau. Mit den dreien und dann irgendwie noch jemanden, das ist auch so... Weiß ich, also das brauche ich nicht und das möchte ich auch eigentlich nicht. Ja, mal sehen, wie die Fede weitergeht. Also mich holt die auf jeden Fall leider nicht ab, das tut mir sehr leid. Eine Fede, die mich eigentlich abgeholt hat, aber jetzt auch so ein bisschen verliert, ist natürlich die Geschichte um Daniel Bryan und The Miz. Ich finde, dass die beiden nach wie vor tolle Promos miteinander abliefern, aber das Number One Contenders Match hier ist ja dann einfach mal so, ja, bei Super Showdown 2 Minuten 27 per Small Package, so. Warum denn auch nicht? Ich frage mich halt immer, wollen die sich da noch was aufsparen? Also wollen die noch warten, weil so, ich fände es nicht schlimm, aber das ist immer dieses, so hier ein Dodgy Finish und dann da nochmal so ein Tag Team Match mit den Frauen dann noch dabei und dann hier nochmal ein Schlagring Finish und hier ein Roll Up. Also, ich habe so dieses Gefühl, die warten noch auf die große Stage, wo die das Match hinpacken können. Das glaube ich eben auch. Ich glaube, man spielt da derzeit auf Zeit und auf den Moment, wo dieses Match richtig glänzen kann und wir haben dazu auch eine Frage bekommen, der Stefan fragte da nämlich, hat uns eine Mail geschrieben, erstmal danke dafür und er fragte, ich finde, dass die Matches zwischen Daniel Bryan und The Miz total langweilig sind. Im Ring passt die Konstellation einfach nicht, die Promos, die Brawl-Elemente sind überragend, die beiden haben da eine super Chemie, aber für einen ganzen Kampf reicht es nicht. Bryan empfinde ich als Underdog am besten gegen körperlich übergelegene Gegner und The Miz als unfairen Heel, idealerweise sogar als IC-Champion. Wie seht ihr das? Tatsächlich finde ich es auch so, also in der Fede haben die beiden bis jetzt noch kein super geiles Match abgeliefert, sondern das, was dazwischen passiert, ist viel, viel interessanter als das, was dann am Ende dabei rauskommt und ich glaube, man hebt sich das noch auf. Ich weiß nur noch nicht genau wofür und ich hoffe, dass man es schafft, mich langfristig bei Laune zu halten, bis dieses große Aufeinandertreffen kommt. Wie ist das bei dir? Ja, also ich sehe es auch so, weil ich mochte auch sehr diesen IC-Champion The Miz und klar, Daniel Bryan ist so dieser geborene Underdog und in der Rolle ist er gerade nicht. Aber ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also, wie gesagt, also das, was du gesagt hast mit diesen AJ Styles, The Miz, Daniel Bryan, Samoa Joe, da hätte ich auch Bock drauf und ich glaube schon, dass wir irgendwann noch dieses eine One-on-One-Match bekommen zwischen den beiden, vielleicht auch mit irgendeiner Stipulation oder so, wo die sich dann wirklich gegenseitig gefühlt umbringen oder so. Diese aufgestauchte Frust, wo du gesagt hast, okay, normale Matches gehen nicht, weil dann greift der ein, dann greift die ein oder sowas. Also, ich glaube, da kommt noch was. Das ist jetzt momentan vielleicht wirklich diese Wir-spielen-auf-Zeit-Taktik, die dann der Fehler natürlich nicht so gut tut, aber ich bin da irgendwie immer noch guter Hoffnung, dass wir da irgendwie einen geilen Payoff bekommen. Man hat es jetzt ja auch schon so ein bisschen beim letzten Smackdown gesehen, da gab es ja noch mal Miss-TV mit AJ Styles und Daniel Bryan und das ist ja logischerweise das Match, was dann bei Crown Jewel kommt, wir haben es schon angesprochen, dass wir es beide nicht besonders geil finden, aber wo dann ja auch The Mist gesagt hat, so, ja, hör mal, ich hab dich besiegt und du hast, das hier war irregulär, meine Schultern waren nicht am Boden und ich hab dich schon diverse Male besiegt, ich hab dich zusammengeschlagen, am Boden zurückgelassen, bla bla bla. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man ihn da noch irgendwie reinbookt und sei es jetzt, also The Mist, ne, und sei es jetzt als Special Referee oder sonst irgendwas und dass diese ganzen Figuren, da sind jetzt ja mehrere, die so unglücklich um ihre Titelchancen so ein bisschen betrogen worden sind, dass man die irgendwie noch mal zusammenlaufen lässt. Ähm, ich hab nicht das Gefühl, dass hier jemand schwach aussieht, äh, sondern dass die, ganz im Gegenteil, alle relativ gleichmäßig positioniert werden und ich hab's ja schon gesagt, also ich halte hier in absehbarer Zeit ein Foway oder so für nicht absolut abwegig und fände das auch gut und, äh. Ich finde auch, dass gerade dieses, dass keiner schwach aussieht, das kann, das sehen auch schon Leute anders, aber ich stimme dir dazu und ich muss auch sagen, dass man das meiner Meinung nach ganz subjektiv ohne dieses typische WWE-50-50-Booking hinbekommen hat. Also klar, du hast ja dieses hier und da gewinnt mal so einer oder sowas, aber du hast trotzdem nicht dieses, die kämpfen jetzt jede Woche gegeneinander, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der, mal gewinnt der, sondern die sehen alle stark aus, aber aus verschiedenen Aspekten oder sowas. Daniel Bryan wurde betrogen, The Miz hat aber gewonnen dafür immer, AJ hat dann auch irgendwie gewonnen, hat seine harte Seite gezeigt, Joe wäre aber auch verdient Champion gewesen, weil AJ auch getappt hat, also meiner Meinung nach ist das eigentlich alles ganz gut erzählt worden. Ja, deswegen, also damit kann ich leben. Ich finde es nicht gut, dass wir Daniel Bryan gegen AJ Styles bei Crown Jewel kriegen. Es ist für mich ein geiles Match, das eine andere Bühne verdient. Trotzdem, wenn die abliefern, sage ich trotzdem mal ein geiles Match, egal welche Bühne es ist, aber hat er eben da trotzdem natürlich ein bisschen Geschmäckle dabei. Aber ich bin da wirklich gespannt, wie die ganze Geschichte hier aufgedröselt wird, weil die Heels sehen hier relativ gut aus, die Babyfaces sehen gut aus, die Geschichte auch um AJ Styles und sein Championship. Man hatte halt das Gefühl, dass sich so ein bisschen die Schlinge langsam zuzieht. Also es werden immer mehr Contender, die alle seinen Titel wollen und die alle irgendwie in dieses Titel-Match rein möchten. Ich finde es auch interessant, dass man The Miss jetzt damit reingesteckt hat, quasi durch dieses Number One Contender Match. Habe ich tatsächlich irgendwie nicht so mit gerechnet, aber finde das gut, weil The Miss gehört da auch absolut oben hin. Kurze Frage. Ja. Wird AJ den Rekord von CM Punk brechen? Wie lang ist der Rekord von CM Punk noch? Also ich glaube, AJ ist jetzt bald fast ein Jahr lang Champion. Ich glaube, er ist im November Champion geworden. Ja. Also ich glaube, das dürfte irgendwie so um Mania rum sein irgendwann. Schwierig, weiß ich nicht. weil ich da gerade kein Zeitgefühl für habe, deswegen kann ich dir keine klare Antwort dafür geben. Ich könnte mir das vorstellen, dass sie das machen. Ich glaube im Februar oder so müsste, nee, warte, scheiße. Nee, der müsste dann sogar noch länger halten. Ja, ja, eben. Der war doch fast zwei Jahre Champion, oder? Ja, 435, ach, 434 Tage. Ja gut, dann sind es ein Jahr und vier Monate oder so, fünf Monate. Ah, ist schwierig mit Mania. Oh, oh, oh. Also ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass AJ noch Champion bleibt. Ja. Also, ich habe da auch nichts gegen, um ehrlich zu sein. Also, viele gute Matches, auch noch Sachen, die ich gerne sehen möchte. Ähm, von daher, warum nicht? Ja. Unterschreibe ich so. Also da, also es ist ja auch nicht so, als ob uns jetzt AJ Styles langweilen würde in irgendeiner Form. Sondern er hat ja immer irgendwie abgeliefert. Klar waren auch mal so ein paar Sachen dabei, wo man das Gefühl hatte, ah, jetzt ist er so ein bisschen im Standardmodus drin natürlich. Aber jetzt zuletzt, gerade die Matches gegen Joe waren absolut klasse und auch Matches mit Daniel Bryan und auch mit The Miz oder in welcher Kombination auch immer. Ich glaube, das kann interessant werden. Und wenn AJ Styles motiviert ist, hat er ja dann auf jeden Fall, ja, immer das Potenzial, da auch richtig geile Matches rauszuhauen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Apropos gerade, ich mache einfach jetzt auch eine, ich mache jetzt eine Olaf-Lagge-Überleitung, Geschmäckle von gerade. Ja. Triple Aging Undertaker in einem Match, was über 27 Minuten ging und natürlich auch zu spannenden Entwicklungen in der Raw-Folge danach für Crown Jew geführt hat. Shawn Michaels ist zurück. Und zwar nicht in Pog-Form, sondern im Tag-Team mit Triple H. Ah, Alf ist zurück als Pog. Ich habe die Simpsons-Anspielung verstanden. Ja, dazu hat uns ja auch der Tobi Nator eine Nachricht per Instagram geschickt. Und zwar, was haltet ihr vom Comeback der DX? Also erst mal zum Match an sich. Das war kein schönes Match. Das war das Witzige. Ich habe erst mal so Highlights gesehen vor dem Match, als ich das allererste Mal gesehen habe und dachte so, ja, das sieht ja eigentlich ganz in Ordnung aus. Dann habe ich das Match komplett gesehen und dachte, die Highlights haben auf jeden Fall schon gut kaschiert. Also, ich habe wirklich nicht verstanden, warum man dann diese beiden, ich sage mal wie es ist, alten Männer in einen 27-Minuten-Match gesteckt hat. Das ist dann auch irgendwann bei Mocha Mania oder sowas. Ich war sehr prädestiniert dafür, natürlich. Dann gab es auch wirklich so Fragen nach irgendeinem Move von Taker, wo dann Triple H dreimal nachfragt, so, you are right und von Taker keine Antwort kommt. Und, ähm, ich, nee, also, ich habe echt Angst, dass da noch irgendwas Schlimmeres passiert. Ja, also, bei mir war es übrigens so ähnlich. Ich habe mir, äh, die Zusammenfassung, äh, bei Power Wrestling durchgelesen, auf deren Website und habe dann so die Aktionen und die haben das halt schnell zusammengefasst. Eigentlich mal so, boah, geil, das war ja voll die Schlacht. Und dann, weiß ich gar nicht. Hast du es gesehen? Dann habe ich es gesehen, aber dann war, ich, ich fand das auf eine morbide Art und Weise doch unterhaltsam. Ich kann es dir nicht genau sagen. Wieso? Ja, aber das hättest du auch in 10 Minuten packen können. Ja, natürlich. Also so, ohne Problem, dann hättest du noch mal, und dann war noch mal Cain da und dann hielt noch mal ein Spot und ein Chokeslam und Tombstone und den Pedigree und Superkicks und so was. Aber nicht mit so einem Brawl durch die Crowd, wo dann Undertaker es nicht schafft, einen Pedigree zu kontern, weil er einfach nicht mehr hochkommt. Und, ähm, dieses Würgen mit dem Kabel, wo er es nicht geschafft hat, ihn irgendwie so quasi über die Schulter zu, zu ziehen oder sonst irgendwas. Das ist ja auch total merkwürdig. Da war wirklich vieles dabei, wo du gesagt hast, lass den Mann doch in Ruhe. Also so, lass ihn doch. Er ist doch schon so alt. Und, äh, das darf man eigentlich nicht sagen bei einem Undertaker, weil das immer noch der Undertaker ist. Ja, das hat auch, der innere Myrtle bei mir hat er so ein bisschen angesprochen, also mit, ich bin zu alt für diesen Scheiß. I'm too old for this shit. Genau das. So, das hat sich wahrscheinlich der Undertaker auch am laufenden Band gedacht, als er sich da draußen irgendwie auf irgendwelchen Guarding-Rails rumtreiben musste. Das ist ja nicht too old for that money. Nee, ja, nee, also das machen wir uns nichts vor. Das Match war, das war ein, wieder, eigentlich wieder nur ein Indiz dafür, dass man sagen muss, der Undertaker sollte vielleicht besser zurücktreten. Und so. Und ich hab da, wie gesagt, ich hab das gelesen, und dachte mir so, boah, das ist vielleicht richtig cool. Und dann hab ich's gesehen und dachte mir, so ein bisschen, aber auch nicht so richtig. Und wenn man dann genauer hinguckt und nochmal drüber nachdenkt, dann denkt man sich eigentlich eher, nee, vielleicht dann sollen sie es doch besser sein lassen. ach, und jetzt kriegen wir dann die Generation X gegen die Brothers of Destruction bei Crown Jewel. So. So, wie ist dein emotionales Empfinden dabei, dass du siehst, dass ein Shawn Michaels, der ja ein perfektes Retirement hatte, nach über acht Jahren zurückkommt, um im Tag Team mit Triple H gegen Undertaker und Kane zu kämpfen in Saudi-Arabien. Ja, eigentlich kotzt da der innere Mörtow auch so ein bisschen. Nein, also das, ich find's echt natürlich total kacke. Also als Wrestling-Fan muss ich sagen, das macht natürlich extrem vieles kaputt. Das tritt sehr viel mit Füßen auch. Ja, genau das und ich kann dir gar nicht genau sagen, wie ich das finde. Also auf der einen Seite sag ich natürlich so, irgendwie find ich's auch schon interessant und will das auf der einen Seite auch sehen und auf der anderen Seite denke ich mir so, nee, eigentlich, wie du gesagt hast, das war der perfekte Rücktritt und da stehen dann eben vier Leute im Ring, von denen wahrscheinlich Triple H, der derzeit körperlich fitteste, ist mit Abstand. Ja. Bei Shawn Michaels weiß ich nicht so genau, wie fit er ist. Ich find, dass er bei den Bums, die er genommen hat, ganz agil ausgesehen hat, speziell bei dieser einen Aktion, wo er da, glaub ich, ein Big Boot vom Undertaker auf dem Apron kassiert hat oder so. Da sah es so aus, als könnte er sich noch ganz gut bewegen. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht und ich find das natürlich eigentlich grauenhaft. Auf der anderen Seite bin ich aber dann auch so ein bisschen perverser Voyeur, der auch gerne sehen möchte, wie's dabei ausgeht. Also, wie ist das bei dir? Ja, also es ist wirklich sehr ähnlich. Also, gerade wenn jetzt nochmal bei mir irgendwie da mitspielt, diese Gerüchte, dass er auch Shawn Michaels für mehrere Matches unterschrieben hat und dass ich ihn dann vielleicht sogar, wenn ich bei WrestleMania live bin, ihn einfach nochmal live wrestlen sehe, was trotzdem krass ist. Da kannst du halt sagen, wie viel du willst und ich werd dir auch trotzdem immer sagen, wie blöd ich das finde, aber also es wär jetzt auch Heuchelei, wenn ich mich jetzt darüber nicht freuen würde oder sowas. Und genauso würde ich mich auch darüber freuen, wenn ich den Undertaker nochmal bei WrestleMania sehen würde, einfach nochmal, um live einen Entschluss vom Undertaker mitzuerleben, natürlich. Aber ganz rational gesehen sagst du eigentlich, also Shawn Michaels hatte ähnlich wie ein Ric Flair damals so mit das beste Retirement, was man haben kann. Und das kann jetzt nur schlechter werden, also weil ein besseres Match als bei WrestleMania wird dabei natürlich nicht rumkommen. Da sind wir uns einig. Selbst wenn die ein gutes Match machen, von daher, ja und das Ganze dann irgendwie so noch so, das alles dann bei Saudi, also in diesem Saudi-Arabien-Event zu zeigen, das ist nochmal ein ganz anderer Störfaktor, wo du sagst, so wirklich wir Wrestling-Fans, all die, die dann damals gesagt haben, so please come back oder wir die millionenfach, also nicht wir, sondern wir Fans, ich nehme mich da jetzt raus, die getrentet haben, so one more match oder sowas und dann zeigt er das in Saudi-Arabien, wo du einfach nur sagst, okay, das Geld hat dieses Mal einfach gepasst und also weil, da ist so ein bisschen diese verkopfte Wrestling-Liebe auch, wo du sagst, so ja, aber das kannst du doch nicht machen, so wenn, dann machst du auch aus Liebe für den Sport und nicht, weil du irgendwie das Geld willst und natürlich, klar, wir würden jetzt alle sagen, okay, wenn ich jetzt irgendwie zwei Millionen bekommen würde oder wenn ich sogar noch mehr, um irgendwie zehn Minuten rumzutouren, klar, count me in, aber jetzt nur als ganz stinknormaler, nur noch 15 Wrestling-Fans, das ist einfach ein blödes Gefühl. Ja, ist nun mal so und da hängen natürlich auch bei uns allen, hängen da irgendwie Emotionen dran, da hängen Erinnerungen dran und ja, es ist da so ein bisschen schade, ich meine, es sind ja viele Wrestler, die es nicht schaffen, den Absprung irgendwie rechtzeitig zu schaffen, das gibt es ja Tausende, die da nochmal zurückgekommen sind, auch ein Ric Flair hat ja dann auch lang genug gebraucht, bis er dann auch wirklich diesen perfekten Abschied dann bekommen hat, davor hat man aber auch schon gesagt, oi, komm, jetzt ist auch irgendwann mal langsam gut, ne, ich, also, ne, und dann, wie gesagt, nur mit dieser Saudi-Arabien-Geschichte im Hintergrund, gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen, und ich werde es mir, aber ganz klar, ich werde es mir natürlich trotzdem anschauen, aber das ist irgendwie auch das Paradoxe am Wrestling-Fan-Dasein, oder? Man könnte auch ganz konsequent sein und sagen, nein, dann schaue ich mir das eben nicht an, aber man guckt sich dann trotzdem an, irgendwie. Klar, natürlich, also, man will es ja auch irgendwie sehen, man will es ja auch erleben, also, seien wir mal ehrlich. Ja, und dann sagt man, oh, aber, es ist ja so ähnlich wie beim Undertaker, also, haben wir ja auch jetzt gerade eben schon gesagt, ne, da hast du dieselbe, äh, dieses selbe Paradoxon, dass du auf der einen Seite sagst, so, ja, nee, eigentlich will ich den, sollte der lieber zurücktreten, auf der anderen Seite sagst du, ja, aber live würde ich mir den schon eine ganze Zeit nochmal anschauen, ne, also, kann ich auch nachvollziehen, ne, also, ach, das ist, das ist echt extrem kompliziert, generell, muss ich aber sagen, dass mir diese ernste DX, die wir jetzt gerade haben, besser gefällt, als die alberne DX, und ich hoffe, dass die Brothers of Destruction nicht von grünen Schleim, Scheiße, oder sonst irgendwas übersät wird in den nächsten Wochen. Ja, also, ich brauche jetzt nicht wieder diese, wie wurde es immer damals genannt, diese Midlife Crisis DX? Genau, die brauche ich nicht. Wenn ich die 2.9 hatte oder so. Ja. Ich finde das jetzt an sich, also, die Art und Weise, wie das jetzt irgendwie aufgelöst wird, dass man sagt, ja, jetzt kommt dieses Comeback, das ist schon in sich irgendwie ganz okay, das ist halt in Saudi-Arabien, das ist kacke. Ich habe gelesen, mal gucken, was du jetzt so sagst, ich habe gelesen, dass einige Fans das Gefühl haben, dass Shawn Michaels nicht bei den Promos, nicht mit dem Herzen dabei ist, sondern es so ein bisschen runterspult. War das auch dein Eindruck? Oh, ich weiß nicht. Also, das war, also, so in den letzten acht Jahren, ich finde, das war genau die gleiche Shawn Michaels Promo. Ja. Dieses, ja, ich bin halt Shawn Michaels und ich bin da und weiß ich nicht, also, ich habe da jetzt irgendwie keinen kleinen Unterschied gemerkt. Ja, muss ich auch sagen, ich fand, das war relativ souverän gehalten. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass das Feuer extrem in ihm brennt, so, das habe ich nicht. Das hat man zum Beispiel, wenn man bei seiner letzten Rückkehr, also 2002, wenn man sich da mal die Promos anschaut, da hat man dann schon ein anderes Gefühl für die ganze Sache. Aber ich glaube, das ist ein gesetzterer Mann. Ja, und das ist ja auch, man selber hat da ja auch mehr Emotionen mit drin, natürlich. Das ist auch wiederum schwierig, das so mit Kalkül irgendwie so zu beurteilen. Also, von daher, ich habe das auch nicht so gesehen. Ich fand, die Promo, die er da gehalten hat oder auch die Triple H da gehalten hat, die fand ich an sich okay. Und tatsächlich hatten sie mich da auch so ein bisschen, wenn ich da nicht zu lange drüber nachdenke, so, bis ich dann wieder denke, oh nein, ich meine, ihr seid doch beide eigentlich schon, wie alt ist Hunter jetzt inzwischen? 48? 45? Ja, irgendwie so genau um den Dreh, ja. Und Sean ist 53, glaube ich. Wie alt ist der Undertaker mittlerweile? Taker ist auch 53. Krass, das Sean noch so viel besser aussieht als der Taker. Naja, machst du nichts? Wie altes Kane, der ist doch auch nur, der ist auch irgendwie so um den Dreh, oder? Ja, 51, 52 oder so bestimmt. Ja, also, ja, wie dir mal sein. Das Witzige war, was ich, was ich gelesen habe, da war wieder so ein Bild und da war, ja, Zeitzonen sind schon krass irgendwie. In Amerika war, weiß ich nicht, also zu diesem Super-Shotdown in Amerika war 6 Uhr morgens, in Saudi-Arabien war irgendwie 16 Uhr, ach, irgendwie, also als Beispiel und in Australien war irgendwie 1998 oder sowas. Das fand ich dann ganz witzig. Das stimmt. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Also, wir werden es ja dann bei Crown Jewel dann sehen, wenn die beiden Senioren da aufeinandertreffen. Ich musste da immer an diesen, kennst du Red, diesen Film mit Bruce Willis und Konsorten, wo die alten Actionhelden nochmal aufeinandertreffen? Also, so ähnlich wie dieser, wie heißt der? Wie die Expendables. Genau, Expendables, genau das gleiche, ja. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich da auch bei dem Kampf zwischen Triple H und dem Undertaker so ein bisschen dran erinnert, weil es so dieses so, ah ja, ich muss jetzt, ich muss mich bewegen, um meinem Gegner jetzt zu sein. So Stallone nochmal oder sowas. genau. Wenn nochmal Ivan Drago aus dem Sarg gerissen wird, irgendwie so, dann kriegen wir dem jetzt auch, ne? Wenn dann, gibt's ja dann auch Creed 2, wenn dann auch nochmal Ivan Drago und ... Stimmt! Ne? Also, es ist durchaus dem Zeitgeist und dem Hollywoodgeist entsprechend, was da gerade passiert, dass man nochmal die alten Helden, ja, reanimiert. Das ist aber halt auch das, was du nur im Wrestling, Sport und sowas oder halt im Film haben kannst, ne? So, weil du willst jetzt natürlich nicht nochmal irgendwie so ein Terriorie auf den Platz stellen können oder so ein Kram, oder einfach siehst, okay, so ein 20-jähriger Bappé läuft ihm weg und im Wrestling kannst du sagen, so, okay, da kann auch der 50-jährige Goldberg den 30-jährigen Kevin Owens nochmal lang machen. Ja, so sieht's halt aus. Und da können sich auch nochmal, ganz im Ernst, ich glaube, dass das, äh, dass das Take-Team-Match zwischen diesen Männern besser wird, als das auf Einzel-Match, einfach weil die sich da ... Weil die verschnaufen können? Ja, genau, einfach weil die sich abwechseln können. Ne, weil man sich da Pausen geben kann. Ich glaube, das, das wird besser. Sage, wage ich jetzt mal. Ich hoffe. Aber nicht, dass es dann irgendwie so wieder so, so Misskommunikation gibt im Tag-Team, weil irgendwie alle im Arsch sind. Dann verpasst wieder einer seinen Einsatz und dann kommt irgendwie wieder Papa Shango zu spät raus. Das wäre geil. Übrigens, wir haben krass gut geschätzt, also Triple H ist übrigens 49, Sean und Taker sind beide 3, 50 und Kane ist 51. Wir haben es super gut geschätzt. Genau, auch da alles hier ohne Netz und doppelten Boden und so, ohne Vorbereitung. Ja, und damit, das war dann auch dann der letzte Kampf des Super-Showdowns. Wie hat dir das Ding eigentlich gefallen, so insgesamt? Für, also ich muss trotzdem noch sagen, dass es irgendwie eine Hausshow war, weil klar, da ist ein Titelwechsel, aber es war halt der Hometown-Boy und sowas. Aber so zu gucken, hat da super viel Spaß gemacht, was aber auch daran lag, dass du da Wrestling-Fans sitzen hattest, die alle sehr viel Bock auf dieses Event hatten. Und das hast du auch gemerkt, dass du nicht in der ersten Reihe, also klar, wir bestellen diese Saudi-Arabien-Dinge immer sehr krass, aber du hattest eben nicht Leute in der ersten Reihe, die da irgendwie saßen und alle an ihren Handys waren. Und das ist dann schon ein ganz anderes Feeling. Und es war auch mal wieder schön, irgendwie sowas Pompöses zu sehen mit Feuerwerk. Das ist zwar immer noch diese große Hausshow, die aber mehr aussieht wie ein Pay-Per-View und mehr aussieht wie Mania als alle anderen elf Pay-Per-Views des Jahres. Ja, absolut. Genau das. Also ich fand, das war eine unterhaltsame Show, auch wenn das jetzt wrestlerisch nicht das absolute Gelbe vom Ei gewesen ist, aber wir hatten trotzdem zwei sehr starke Matches mit Buddy Murphy gegen Cedric Alexander und Samoa Joe gegen AJ Styles. Das waren richtig gute Dinge. Die hätten auch so in der Form bei jedem normalen Pay-Per-View laufen können, außer bei Crown Jewel. Weil da hätte es einfach keinen interessiert, was da im Ring passiert. Aber ansonsten war das natürlich relative Standardkost hier. Und trotz der großen Namen dann im Main Event, ja, das war dann auch viel zu lang, haben wir auch gerade gesagt. Aber insgesamt fand ich das absolut okay. Und wie du schon gesagt hast, die Crowd-Reactions haben dazu gepasst, die Leute hatten Bock gehabt. Und da hat man sich dann auch ein bisschen von anstecken lassen, glaube ich. Also wenn da gute Stimmung in der Halle ist, dann ist es ja nun mal einfach so, dass man dann auch sagt, so, ja gut, dann lasse ich mich auch eher darauf ein, als wenn da jetzt Totenstille in der Halle ist. Ja, eben. Sehe ich nämlich auch so. So. Dann haben wir noch ein paar Fragen hier im Gepäck. Wir haben ja schon einige beantwortet. Wir haben noch ein paar mehr, die wir hier nicht so einbauen konnten. Ihr wisst, Fragen schickt dir an fragen.headlock.de, Facebook, Twitter, Instagram oder einfach bei YouTube die Sachen direkt unter das Video posten. Das hat der Spielverderber getan und er fragt, sehr passend übrigens zu seinem Namen, wie findet ihr es, dass WWE Überraschungen vorweg nimmt, wie etwa jüngst beim Comeback von Rey Mysterio? Das hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal in den letzten Jahren eigentlich auch, seitdem es Headlock gibt, dass man quasi gewisse Sachen angekündigt hat. Ich glaube, Goldberg hat mal damals ja auch angekündigt, mehr oder weniger zum Beispiel. Und da war auch das so, ja, Ratings kontra Überraschungen, oder Kai? Ja, definitiv. Und ich glaube auch, dass so ein bisschen dieses, eigentlich, wir wollen ja alle überrascht werden, aber sind wir mal ehrlich, jetzt auch gerade zum Beispiel du oder sowas, haben wir das nicht alle schon vor drei Wochen irgendwelchen Dirt-Sheets gelesen, dass Rey Mysterio entweder für Crunch oder für SmackDown da ist? Also, dann sagt WWE, ja, wenn es doch eh diese ganzen Hardcore-Fans wissen, so, dann müssen wir die Casuals nicht überraschen, weil die Casuals schalten eher ein, wenn die irgendwo sehen, oh, nächste Woche bei SmackDown ist Rey Mysterio. Ja. Also, sind wir mal ehrlich. Also, wir können ja nicht sagen, oh, wir wollen überrascht werden, aber eigentlich lesen wir es insgeheim sowieso schon vier Wochen vorher. Aber ich kann es, also, aber trotzdem ärgert es mich auch, also, das ist halt dieses Dumme dabei, weil, so, ich, du weißt es ja nie hundertprozentig, du weißt es ja nie hundertprozentig, oh mein Gott, Rey Mysterio ist da, und, ja. Ich meine, ich meine, es wurde ja auch, bei WrestleMania wurde ja auch ganz groß, äh, vorher schon gerüchtet, dass die Hardys eventuell zurückkommen, und so, und dann hat man es ja trotzdem irgendwie noch geschafft, die da so, äh, mehr oder weniger, äh, ja, unauffällig und so in die Halle zu schmuggeln. Ganz im Ernst, ich glaub, das macht auch gar nicht so den Riesenunterschied, also, weil gerade bei so einer besonderen Veranstaltung, wie jetzt bei Smackdown 1000 oder so, das gucken doch eh die meisten einfach, weil Smackdown 1000 ist, und weil eh schon so viel angekündigt ist, dass man das gerne sehen möchte. Ähm, und die Leute in der Halle, für die ist das total wurscht, ob sie es wissen oder nicht. Wenn dann die Musik von Rey Mysterio kommt, rasten die trotzdem aus, weil's Rey Mysterio ist. Und, klar ist das irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise blöd, weil natürlich dann dieser, äh, wie früher, so dieser komplette, oh mein Gott, ich hab damit überhaupt nicht gerechnet, Effekt ist so ein bisschen weg. Aber ich glaube, da muss man vielleicht auch einfach das innere Kind wieder so ein bisschen schütteln und sagen, komm, jetzt hab auch mal wieder ein bisschen Spaß. Ich kann das, ich, wahrscheinlich würde ich mich über einen nicht angekündigten Rey Mysterio ein bisschen mehr freuen, als über einen angekündigten Rey Mysterio. Aber, kann ich eigentlich mit beidem ganz gut leben. Also, ich bin auf jeden Fall, also, ich bin da definitiv auf der Seite vom Spielverderber, aber dafür spoilere ich mich halt viel zu oft selbst, ne? Also, ich sag mal so, wenn wir jetzt beide gewusst hätten, dass da irgendwie beim Karat, äh, Ilya zurückkommt, wär's auch nicht so krass gewesen, wie auch, als auf einmal die Musik anging, seien wir mal ehrlich. Das ist richtig. Ja. Äh, machen wir weiter, dann der, äh, was haben wir denn hier noch? Ich schau gerade, was für Fragen wir hier noch passender zu haben. Eigentlich gar keine, schade. Ähm, ähm, der Arne fragt, äh, nehmen wir mal an, Leute wie Mr. Perfect oder Owen Hart wären heute Teil von Raw oder Smackdown. Wären sie nicht da viel größere Stars geworden und sind sie nicht vielleicht einfach in einer falschen Zeit geboren worden? Also sprich natürlich, bei Mr. Perfect haben wir schon ein paar Mal gesagt, das ist natürlich jemand, äh, ja, als, als Heel-Charakter, immer den großen Hulk Hogan vor sich gehabt hat, Owen Hart natürlich auch einen Bret Hart vor sich gehabt hat und beide natürlich auch viel zu früh gestorben. Äh, ja, ich sag mal, ich glaube, dass speziell so kleinere Leute wie auch einen, äh, Owen Hart, glaube ich, heutzutage besser und schneller angenommen worden wären, als das damals der Fall gewesen ist. Also, äh, 1997, 96, 97 und so, weil da waren sie ja dann doch eher so die, in der IC-Title-Region, ich glaube, dass beide sowohl Mr. Perfect als auch Owen Hart auf ihrem absoluten Höhepunkt, wenn das heute wäre, glaube ich, auch ganz, ganz oben in den Karten mitgespielt hätten. Ich weiß gar nicht, Kai, wie siehst du das? Das ist halt immer schwierig, weil du hast ja immer irgendwie Leute, die super gut sind, aber die dann trotzdem im Schatten von anderen stehen, ne? Also, wer weiß, vielleicht würden die auch heute extrem gut sein, aber trotzdem hinter einem, keine Ahnung, hinter einem AJ oder hinter einem Roman Reigns oder sowas stehen, weil das einfach gerade so die großen Namen sind, ne? So, von daher ist auch immer die Frage, wer weiß, über wen man das in zehn Jahren wieder sagen wird, dass man sagt, ach, der war damals ja so groß und super beliebt, hat das aber auch nie so den großen Sprung geschafft oder sowas. Und man sagt so, ach, weiß ich nicht, ein Rollins war dann doch irgendwie im Schatten von einem Roman Reigns oder ein Bemis war im Schatten von keine Ahnung wem. Ja. Ich glaube aber schon, ich glaube aber schon, dass halt gerade Leute mit so einer Statur, die jetzt nicht wie diese Over-the-Top-Superhelden aussahen, ist, wie du gesagt hast, heute einfacher haben, als damals sich durchzusetzen, weil es einfach heute so ein gängigerer Look ist, dass man nicht muskelbepackt ist. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch gerade Mr. Perfect hat sich in der heutigen Zeit nochmal anders präsentieren können, als das damals der Fall gewesen wäre. Der war ja auch wirklich das Gesamtpaket. Ich fand Owen Hart am Mikro zum Beispiel nicht so stark wie Mr. Perfect, nur so als Beispiel. Insofern glaube ich, Mr. Perfect war übrigens auch gar nicht so klein. Der war auch über 1,90. Also der wäre heute ein Riese, muss man so sagen. Das stimmt. Das waren auch noch andere Zeiten einfach. Der war damals ja wirklich fast schon einer der fast kleineren Athleten. Der Niklaus fragt noch, wie läuft das bei WWE eigentlich mit den Pay-Per-View-Themes? Kauft WWE die Themes direkt ein oder müssen sich die Bands dafür bewerben? So, das ist eine gute Frage. Ich habe da ganz kurz drüber nachgedacht und muss auch sagen, ich denke, das läuft natürlich alles erstmal über die Labels ab. Und WWE wird natürlich da auch schon Kooperationen mit bestimmten Labels haben und Kontakte haben und wird dann eben, denke ich mal, nachfragen. Was hängt ja auch meistens dann mit irgendwelchen Veröffentlichungen und Neuveröffentlichungen zusammen oder wahlweise mit irgendwelchen bestimmten Themen. Man sagt hier, ich hätte gern ein cooles Theme für, weiß ich nicht, WrestleMania soll Party-Stimmung haben. Dann rufst du eben bei Flowrider an oder sonst irgendwas. Oder Pitbull. Oder bei Pitbull, ja. Irgendwie so. Und du guckst natürlich auch, was ist gerade aktuell, dass die WWE da aktiv bei den Musikern kauft. Das wird nicht so sein, weil du gehst erstmal zu den Plattenlabels. Kai, was denkst du darüber? Ja, ich glaube auch, dass du wirklich sehr viel, dass du einfach dann so ein Marketing-Team hast und dann sagst, okay, wir haben jetzt Extreme Rules. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was eher so in Richtung Hardcore geht. Was ist gerade neu? Wo haben wir Kontakte? Weil die WWE ist ja auch natürlich enorm groß, die wir dann auch irgendwie Labels haben, auf die es zugehen kann im Laufe der Jahre jetzt. Dass dann gesagt wird, okay, wir suchen das. Was habt ihr im Angebot? Und dass dann so ein Geben und Nehmen ist. Weil dann hat irgendwie, die WWE hat das Pay-Per-View natürlich und die Band hat die Promo, weil da wird ja auch immer gesagt, so ja und hier danke an Band XY für das Team, bla bla bla. Ja, Album kommt in der Woche raus oder sowas. Ich glaube, dass es irgendwie so abläuft, dass dann wirklich geguckt wird, was sind unsere Labels, was können die uns anbieten und was passt zu unserem Produkt. Ja, das denke ich auch. Inwiefern da jetzt Summe XY irgendwie rüber geht, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Vielleicht, die Frage sparen wir vielleicht auch mal auf, vielleicht kennt sich da auch der Shaggy ganz gut mit aus. Das könnte ich mir eben auch vorstellen. Vielleicht fragen wir den mal, wenn der irgendwann mal wieder mit dabei ist. Der Niklaus hat noch gefragt, wenn ihr einen Matchausgang ändern könntet, welcher wäre das? So. Kai darf vielleicht noch mal kurz drüber nachdenken. Ich habe nämlich eine ganz originelle Antwort. Ich würde den Montreal Screwjob gerne ändern. What? Ja, das wäre auch total, also das wäre mal interessant gewesen zu sehen, was wäre denn passiert, wenn es diesen Montreal Screwjob nicht gegeben hätte und der Kampf wäre quasi so geendet, wie es ein Bret Hart vorgeschlagen hat, nämlich irgendwie in einem WDQ und am nächsten Tag bei Raw wechselt dann der Titel an. Shawn Michaels und Bret Hart geht dann mit gutem Gewissen zur WCW. Aber da hast du halt einen der krassesten Momente der Wrestling-Welt nicht mehr, ne? Ja, aber das wäre doch mal interessant zu sehen, was dann sich daraus entwickelt hätte. Vielleicht wäre dann die ganzen Tragödien um Bret Hart, vielleicht hättest du damit zwar einen geilen Event der Wrestling-Geschichte, einen geilen Moment der Wrestling-Geschichte nicht mehr, aber dafür vielleicht einen deutlich glücklicheren Bret Hart. Das kann sein, wer weiß. So, was würdest du denn ändern? Ich würde definitiv, wie kann es anders sein, oder? Das Ende von The Rock gegen CM Punk ändern, damit wir nicht Twice in Lifetime bekommen und die doch sehr lange, die natürlich nicht dauerhaft überzeugende, aber doch trotzdem meiner Meinung nach sehr gute, lange Regentschaft eines CM Punks nach 434 Tagen nicht mit dem People's Elbow von einem Teilzeit, nicht mal Teilzeit-Wrestler, sondern Two-Time-A-Year-Wrestler beenden lassen. Ich habe noch einen, ehrlich gesagt. Also, wir sprechen ja im aktuellen Match of the Week, sprechen David und ich ja über Daniel Bryan gegen Sheamus bei Extreme Rules 2012. Ach so, okay. Nee, das war absolut okay so. Ich habe gerade an Mania gedacht. Nee, das war auch okay so. Also, aus heutiger Sicht war das auch absolut okay, dass das so abgelaufen ist mit 18 Sekunden. Aber da gab es ja den Main Event zwischen Brock Lesnar und John Cena und da haben ja auch so viele Leute drüber gekotzt, dass er am Ende John Cena gewonnen hat. Obwohl Brock Lesnar so dominant dargestellt worden ist und John Cena zu einem blutigen Klümpchen Elend gekloppt hat. Das wäre auch interessant gewesen, wie wäre die Geschichte weitergegangen, wenn Brock Lesnar hier gewonnen hätte. Ich weiß noch, dass ich das Match super langweilig fand und aber immer eingeschlafen bin. Oh, Alter, ey, du hast auch manchmal einen Geschmack, das ist echt zum Kotzen. Ich fand das echt kacke. Das ist ein geiles Ding. Nee, also, da finde ich, hey, Fanbrille, nein, aber da finde ich Punk gegen Lesnar, finde ich besser. Ich finde Cena gegen Lesnar hat so krasse Längen teilweise drin. Oh, du hast halt auch keine Ahnung. Ich hatte gerade auch noch ein Match, was ich gerne, ach, verdammt. Wie wäre es mit dem diesjährigen Money in the Bank Match? Was? Wieso? Welche Konsequenz hatte der Sieg von Braun Strowman? Gar keine. Gar keine, ja. Ja, also da hättest du auch irgendjemand anderen die Stage geben können und sagen, hier, guck mal, du kannst Champion werden. Und nicht Braun Strowman, wo gesagt wird, ja, ich bin In-Name-One-Contender. Ja gut, dann cash ich auch mal ein, weil ich bin ja In-Name-One-Contender. Also, ja. Ja, da gibt es garantiert einige, die einem da noch einfallen könnten. Und andererseits, äh, auch da wieder Fanbrille und so. Ähm, der Stefan fragt noch, ähm, er ist der Meinung, dass HD, äh, ein wenig das Wrestling-Erlebnis kaputt macht. Früher war alles krisselig und in einer schlechten Auflösung. Heute sieht man beispielsweise beim Piledriver, dass da locker noch ein Kleinwagen drunter parken könnte. Die Storylines beeinträchtigt das natürlich nicht, aber früher war das für mich irgendwie geiler. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Nostalgie, die da mitschwingt. Also, weil du sagst, ja, ich hab das halt damals so gesehen. Das ist so, wie wenn du heute irgendwie auf dem SNES oder so auch nochmal diesen Krisselfilter einstellen kannst. Und nach dem Motto, ich spiel's halt noch zu Hause auf meiner Röhre wie damals. Das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen diese, diese Nostalgie-Liebe, die da mitschwingt. Zumindest seh ich das so. Ich hab mich das tatsächlich auch schon ein paar Mal gefragt, ob das auch irgendwie so, ähm, damit zusammenhängt. Andererseits, damals waren zum Beispiel nicht nur die Auflösungen anders, sondern das waren natürlich auch die Kamerawinkel waren teilweise auch anders. Und heutzutage ist man natürlich auch viel dichter dran. Damals ist die Kamera natürlich auch gar nicht so extrem dicht drangegangen, beispielsweise beim Piledriver, sondern da hat man's auch so aus dem Winkel gezeigt, dass es möglichst, äh, ja, wie es da möglich war eigentlich. Und, ähm, ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall HD und 4K und was weiß ich was alles, ich glaube, dass es auf jeden Fall für die Wrestler mehr Arbeit bedeutet, weil die natürlich dann auch, ja, die müssen präziser arbeiten, als das damals der Fall gewesen ist, ne, und können vielleicht auch manche Sachen nicht so überspielen, wie man's damals hätte tun können. Ähm, ja, ob das jetzt daran liegt, dass es damals geiler war, glaube ich jetzt nicht. Aber, wie, 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 äh, Kai gerade schon richtig gesagt hat, da hängt natürlich auch viel Nostalgie mit drin, ähm, und damals hat man aber auch teilweise schon recht deutlich gesehen, wenn da Aktionen vorbeigegangen sind, also, äh, oder wie auch die Schläge ausgeführt worden sind. Also, da ist manches auch nicht unbedingt besser, ob's mal so zu sagen. Aber, klar, ich find auch diese, diese Inszenierung, die es damals beim Wrestling gegeben hat, hatte auch noch ihren ganz eigenen Charme. Insofern kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Aber, äh, damals das jetzt geiler war, weiß ich nicht. Äh, der Olli fragt noch, äh, im Giganten-Podcast, also von, äh, Kollegen Shaggy und, äh, Markus Holzer, ähm, zu den Masters of the Universe bezeichnet Shaggy Triple H als Idealbesetzung für He-Man. Weil, der wurde ja mal vorgeschlagen. Wie seht ihr das? Kai, kennst du eigentlich noch He-Man? Ja, ich kenn He-Man, aber ich sehe Triple H in einer ganz anderen Rolle. Und zwar, für mich ist Triple H der perfekte Kratos. Ja, das hab ich mir gedacht. Also, so, He-Man, so, nee, braucht er nicht. Der hat auch nicht die Haare für, aber, ich, also, ich würd gern Triple H als Kratos sehen. Man muss dazu sagen, dass diese Geschichte mit He-Man und Triple H, das ist zu der Zeit aufgekommen, als Triple H noch lange Haare gehabt hat. Also, der hatte noch seine schönen, blonden Haare. Ja, okay, gut. Genau, das war so zwei, weiß ich nicht, fünf, vier, irgendwie so, wo der halt wirklich dann auch bei Blade zwei, drei, mitgespielt hat. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Teil. Und so, und weil er auch die langen, blonden Haare gehabt hat. Da fand ich das auch. Er bräuchte aber dafür wirklich diese Hunter-Hurst-Hemsley-Haare, die so richtig schön, die so richtig schön blond waren. Weißt du, nicht nass, sondern so, den perfekten He-Man-Bob kann man daraus schneiden. Ja, genau das, ja. Und mittlerweile muss man auch einfach sagen, dass Triple H hier auch einfach inzwischen so ein, ja, also, der hat ja einfach auch ein krasses Profil inzwischen bekommen vom Gesicht her, von den Falten und so weiter und so fort. Also, der ist ja unfassbar markant. Und ein He-Man war das nun mal eben nicht, weil der war ja ein junger Mann in einer gewissen Art und Weise. Insofern sehe ich da auch tatsächlich eher den Kratos. Das würde auch passen. Gab's da nicht auch irgendwelche Fan-Bilder, die da die Runde gemacht haben irgendwann mal? Echt? Wusste ich gar nicht. Ich meine ja, dass die dann, dass die Triple H irgendwie auf das Cover von God of War und so retuschiert haben und so. Also, ich glaube, der junge Triple H hätte gut als He-Man gepasst. Der aktuelle Triple H passt dann eher zu dem alten Kratos, den wir aktuell bei God of War haben. Ich hätte übrigens gern Michaels als Battle Cat gehabt. Ich dachte, der ist schon irgendwie Man at Arms oder so. Ich weiß gar nicht, wen gibt's denn da noch? She-Ra. Orko. Ach ja. Schön. Ja, wunderbar. Wenn das nicht ein wunderschönes Ende hier für den Podcast ist mit He-Man. Kai, willst du noch etwas Abschließendes hier sagen? Guckt euch definitiv die Matches AJ gegen Joe und Buddy Murphy gegen Sadio Alexander an. Weil ich weiß auch, dass bei vielen Wrestling-Fans so war, ach ja, super Shoutdown. Das gucke ich mir doch nicht an. Das ist doch super uninteressant. Aber wirklich, also alleine so für die beiden Matches habt ihr irgendwie eine gute halbe Stunde, 15 Minuten Unterhaltung. Das kann man wirklich gut mitnehmen. Genau. Und wenn ihr dann noch nichts zu tun habt, schaut gerne bei uns bei Patreon und bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Da gibt's auch noch jede Menge anderen Kram. Nächste Woche dann auch den guten Kai und meine Wenigkeit bei der Review von Smackdown 1000. Die gibt's dann da exklusiv. Da auf unserem PMI-Format. Und für alle anderen gibt's dann zum nächsten Wochenende auch schon wieder mit Kai und mir. Mein Gott. Meine Güte. Einfach traute Zweisamkeit. Aber sowas von. Da gehen wir ein bisschen auf, ja, auch auf WWE Smackdown an. Und zwar ein bisschen auf die Geschichte von Smackdown. Schöne Momente, schlimme Momente. Die größten Stars. Wer hat die blaue Brand am meisten geprägt? Darüber sprechen Kai und ich beim nächsten Mal. In dem Sinne sage ich Dankeschön, lieber Kai, für fast, ja, gut anderthalb Stunden, die wir hier geschnackt haben. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut bis dahin. Tschüss. Ciao.